Hallo an diesem Samstagabend, da sind wir mal wieder und ja, ihr seht es schon, die zwei Flaggen. Heute machen wir Flaggenkunde, aber ihr wisst, in Wirklichkeit ist natürlich TKKG der siebte Teil. Mittlerweile ist es heute knapp, ob es stattfinden konnte. Es hat ein bisschen rumgesponnen, die Datei, aber dann hat es doch gestartet. Das heißt, wir können uns heute den siebten Teil angucken, wo ich schon mehrfach gelesen habe, dass der gut sein soll, auch der danach. Das heißt, es gibt einige Leute, die sich heute freuen. Ich habe schon im Chat gelesen, es gibt hier auch Vertreter, die das Hörspiel davon kennen. Das ist vielleicht mal auch ganz interessant zu vergleichen, wie das jetzt umgesetzt wurde als Spielversion, ob da einiges verändert wurde. Dann soll es wohl ein böses und ein gutes Ende geben. Bin ich auch ganz gespannt, ob wir die beide sehen, denn dafür muss man das Endspiel falsch spielen. Das wird mir natürlich nicht passieren normalerweise, also müsste ich das dann extra machen. Mal gucken, also ihr müsst rechtzeitig Bescheid sagen, falls dieses Spiel kommt, dass wir auch beide Enden sehen können. Wir haben wieder Multichat am Start, das heißt, ich sehe sowohl Twitch als auch YouTube. Ich habe heute, ich habe gesehen, es wurde vorgeschlagen, den Chat einzubinden mit hier ins Bild. Ich habe heute irgendwie die Schrift nicht kleiner kriegen können. Ich glaube, dafür muss ich in meinem Programm hier noch einiges ändern. Könnte aber auch sein, dass dann rechts an der Seite, dass es sehr, sehr klein wird mit dem Chat. Ich muss es nochmal ausprobieren. Es kann sein, dass es, also ich müsste dann halt das komplette Bild kleiner machen, nur damit der Chat mit dabei ist. Weiß ich noch nicht. Ich muss mal das nächste Mal ausprobieren, wie das aussieht mit der kleinen Schrift. Genau, den Feuerteufel haben wir heute. Da müssen wir mal schauen, ob das wieder Gabi ist. Also Gabi war ja schon mal, hat ja schon mal Fischfutter geklaut, so wurde es gesagt. Jetzt mal schauen, ob vielleicht jetzt als nächstes als Feuerteufel angekreidet wird. Das wäre natürlich, irgendwie fände ich es auch lustig, wenn plötzlich ab Teil 5 oder so, dann plötzlich jedes Mal Gabi so in der Zeitung ist, Gabi hat schon wieder irgendwie eine Kerze auf der Straße angezündet oder irgendein Mist von so einer kompletten Lappalie. Gabi hat schon wieder Fischstäbchen geklaut oder so. Dann immer die Zeitung stürzt sich auf diesen einen Quatsch und daran misst sich dann der Fall. Das finde ich gut. Jetzt geht es ja einen Schritt weiter, jetzt ist es ein Feuerteufel. Ja, man weiß nicht. Es passt natürlich gut, dass heute auch St. Martin ist. Da ist doch hier Laternenumzug, oder? Verwechsel ich das? War das gestern? Also es kann sein, dass heute auch einige Feuerteufel, so vierjährige Feuerteufel draußen auf der Straße unterwegs sind. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Teil 8 ist die Drogenboss. Ja, man weiß es nicht. Seit wann gibt es dann auch den YouTube-Stream? Das ist noch ganz neu. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das mache. Denn Twitch hat die Regeln geändert. Das war vorher verboten. Also man durfte vorher als Twitch-Partner nicht auch noch auf YouTube streamen. Das haben sie jetzt gelockert. Wahrscheinlich, weil die Leute gesagt haben, da gehen wir halt woanders hin. Und dann haben sie jetzt gesagt, ja, jetzt dürft das doch. Aber man darf nicht diesen Multichat einblenden. Also wenn ich jetzt hier den Chat einblenden würde, dann wäre das nur Twitch. Das ist auch noch so eine Sache. Ob das dann Sinn macht? Naja, wie gesagt, ich gucke zum nächsten Mal, ob ich da einen vernünftigen Platz finde für den Chat. Und ansonsten lasse ich das so, wie es bisher auch war. So. Ich glaube, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich habe gesehen, einige sind jetzt auch zum ersten Mal live dabei. Vielleicht noch ein paar YouTube-Mäuse, die sonst einfach nur die VODs geguckt haben. Wieder geniale Sprüche in dem Teil wird hier schon versprochen. Bergi ist auch endlich mal live dabei. Sehr gut. Meine Frage, wann geht es los? Okay. Dann werde ich jetzt mal... Es kann sein, also ich habe das Spiel jetzt schon hier gestartet. Ihr seht es ja hier. Ich hatte eben das Problem, als ich einmal rausgegangen bin, ließ es sich nicht mehr starten. Also ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht noch größere Fehler auftreten. Aber gucken wir mal. So. Okay. Das Spiel, das du nie mehr schließen darfst, ja. Wir können natürlich... Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein Zweiteiler wird. Je nachdem, wie lange das Spiel geht, wie gut wir durchkommen. Kann es natürlich sein. Aber ich glaube... Also unsere Savegame-Expertin Caro hatte gesagt, die Savegames werden nicht gelöscht, wenn ich das Spiel neu installiere. Weil das musste ich eben, um es wieder zu starten. Dann wäre es ja jetzt nicht so schlimm. Ich sag mal so, die Installation von Wer stoppt den Feuerteufel? Hat jetzt nicht so lange gedauert, dass es jetzt ganz schlimm wäre. Aber die, die das Startproblem hatten, hatten noch Leute hier, sehe ich gerade. Okay. Na gut. So. Ich habe bisher noch wieder den Ton aus, wie gesagt, weil das ja die copyrightgeschützte Musik am Anfang ist. Das heißt, die hört es jetzt noch nicht, aber ich mache jetzt gleich an, sobald wir in dieses Intro-Ding reingehen. Man kann in diesem Teil nichts ausdrücken. Sehr gut. So. Jetzt ist natürlich die erste Frage wieder. Es geht um Feuerteufel. Wie nennen wir uns? Aber ich hatte eben schon mal kurz getestet. Das hat er nicht gespeichert. Ja, Florenti Will ist natürlich ein Feuerteufel. Das ist klar. Das Intro selber pfeifen könnte ich, ja. Nikolas Flammel. Ja. Das ist doch hier von diesem Harry Potter. Feuer, Feuer, Prinz, Benzin. Ja, den finde ich, das finde ich gut. Hatte nicht Nils auch hier so ein Benzin? Oder irgendwas mit Ben? Sag mal. Warum ist denn die Tastatur hier auf? Okay, Y ist Z. Warum ist die Tastatur auf einmal Englisch? Naja. Okay. So, los geht's. Da muss ich mal eben noch ... Ich muss mal eben diesen Griff machen. Ich hoffe, im Menü kann ich jetzt noch nicht irgendwie durch das Spiel springen. Leider ist der Griff, womit man im Spiel herum springt, offenbar auch derselbe, womit ich aus dem Emulator rauskomme, um hier das Audio einzustellen. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja, gut. So. So. So, los geht's. Ah, die kennen wir ja schon. Willi, du musst doch schon viereckige Augen haben vom vielen Fernsehen. Komm, es ist Zeit für deinen Tee. Ach, danke, Bertha. Aber ich sehne mich eher nach einer Tasse Schokolade. Na, wenigstens hast du wieder einen gesunden Appetit, Klößchen. Bald bist du ganz auf dem Posten. Ja, wird auch Zeit. Fernsehen ist auf die Dauer einfach zu öde. Da, jetzt kommt ganz schön heikel. Mit dieser coolen Moderatorin. Hallo, mein Name ist Heike Ledig. Unsere Themen heute. Feuerteufel am Werk. Drei Brände, ein Täter. Und was tun bei Grippe? In unserer Stadt hat ein Brandstifter, ein sogenannter Feuerteufel, unerkannt sein Unwesen. Schlafen Polizei und Feuerwehr? Wir sagen ganz schön heikel. Und haben einen aufgeweckten Nachbarn ausfindig gemacht, dem im Traum nicht einfiele, seine Augen vor Not und Gefahr zu verschließen. Alter, ich will diese Show. Ich will da auch rein. Nein, Laubengrieber. Sie behalten eine Reihe von Bränden in unserer Stadt. Wäre in Wirklichkeit auf Brandstiftung zurückzuführen? Mein Reden. Drei Brände gehen auf das Konto eines brabbelnden Irren, der sich hier herumtreibt. Haben Sie nicht ein paar Straßen weiter die ausgebrannte Wohnung gesehen? Oder letztens das Häuschen? Selbst unsere Spukruine, wo Kinder aus der Laubenkolonie verstecken spielen, stand in Flammen. Ich kann diesen Verbrecher genau beschreiben. Blonde Haare. Unsere Redation hat ein Phantombild anfertigen lassen. Und ein Hund. Erkennen Sie diese Person? Dann rufen Sie uns an. Die Nummer nennen wir ihn. Moment mal, das ist doch Dose aus dem Chat. Echt, die Musik ist doch wieder geil. Geil. Vor der kleinen Kapelle, als ich mit Pharatizian geplauscht habe. Och, ich muss gleich meinen Sender anrufen. Ob das eine gute Idee ist? Dieser Kleingärtner scheint mir sehr von sich eingenommen zu sein. Der will sich bloß wichtig machen. Stimmt. Solche Boulevard-Magazine senden doch jeden Unfug. Hauptsache die Einschaltquote stimmt. Aber wenn tatsächlich ein Brandstifter so ein Feuerteufel umgeht. Ich glaube, wir haben mit unseren Bedenken recht, Bertha. Ich schlage vor, TKKG ermittelt auf eigene Faust, bevor wir einen Unschuldigen an den Pranger stellen. Die Virenschleiter bleibt da im Bett, oder nicht? Na schön. Frische Luft kann nicht schaden. Da sprich mir wenigstens, dich warm anzuziehen. Und seht euch bei der Kapelle nach diesem unheimlichen Fremden um. Hustet er denn einfach in den Nacken. Das waren noch Zeiten. Wir müssen auch etwas über diesen Augenzeugen Günther Klee herausbekommen. Bestimmt kann uns die Feuerwehr wegen der Brandursachen weiterhelfen. Wir sollten die genannten Brandorte ausfindig machen. Die Wohnung, das Haus und diese Spukruine. Ja, sie hat eine neue Stimme, die Bertha, ne? Da läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Jetzt brauche ich eine heiße Schurlade und dann kann es losgehen. Abgemacht? Hat der da hinten ein Poster von der Milka-Kuh? Abgemacht. Abgemacht. Inzwischen ist der Tee natürlich kalt. Okay, so. Ja, wer nicht? Gute Frage. Schokolade ist sein Hobby, kann man gut sagen. Aber wo ist denn... Ist das Bild ein bisschen anders? Ich hatte irgendwie die Ruine, diese Schlossruine ein bisschen prominenter im Kopf. Na gut. So, wir gucken mal wieder nach Locations. So, hier ist was. Dann haben wir hier was. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und hier oben sechs. Sieben. Okay. Oh, sportlich. Okay. Die Stadt ändert sich in jedem Fall. Okay. Die Burggruinen ist weg. Ich dachte kurz, es wäre hier oben dieser Punkt. Aber ich kann auch nicht so ganz erkennen, was es ist. Viele Orte diesmal. Ich glaube, unsere Taktik hat sich eigentlich ganz gut... Als gut erwiesen, immer mit Gabi mal anzufangen. Mit ihr einfach schon mal jeden Ort durchzugehen. Ich hoffe, es geht von der Lautstärke. Ich glaube, ich kann das Spiel nicht mehr lauter machen. Da müsste ich dann im Zweifelsfall eher mein Mikro ein bisschen leiser machen. Falls das Spiel euch zu leise ist. Passt? Okay. Copyshop muss zumachen. Naja, das kann gut sein. So. Okay. Also die einzige Location, die wir jetzt schon kennen, so wie ich das sehe, ist das hier. Das ist Willis Zuhause. Also würde ich jetzt einfach mal hier oben anfangen. Gucken wir mal, was... Ach, das ist direkt die Ruine erwischt. Ich könnte es vielleicht doch ein bisschen lauter machen. So. Das sieht nicht gut aus. Achso, ach, das ist... Könnte noch ein bisschen lauter machen. Ich versuche nochmal. Macht es das euch lauter? Nee. Wenn ich bei mir die Lautstärke... Nee, dann geht es nicht. Dann geht es tatsächlich nicht lauter. Okay. Dann mache ich vielleicht mich ein bisschen leiser. Könnt ihr das insgesamt lauter stellen? Bap, 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 bap. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen leiser gemacht. Dann könnt ihr insgesamt den Stream ein bisschen lauter machen. Das ist vielleicht... Ähm, ganz sinnvoll dann. Ist es besser so? Test, test, test. was ist denn das hier mit so einem großen loch erfüllt ein fliegengitter wohl kaum seine aufgabe ach so okay wird irgendwas durchgesteckt oder so da war es eine besonders dicke fliege deine münze ja gab es heute philosophisch drauf ja haben die nachbarn vielleicht was gesehen ja ja ihr kommt mal richtig weit ein schritt weiter ich bin jane die freundin von tarzan und wer bist du ich bin gabi und war auch mal die freundin von tarzan aber mein freund heißt jetzt hin ach so gott ich dachte gerade in wirklichkeit heiße ich gar nicht jane sondern sarah er sind so kleine grafik fehler ins leben habe kurz gedacht sie werden getrennt werden ihr das große drama verpasst ich habe letzten sein haus in brand gesteckt okay wir haben sie sind denn deine eltern hast du andere kinder mit feuerspielen sehen ja nein messer gabelschere licht sind für kleine kinder nicht okay ja vielleicht kommen wir da kommt sie doch noch mal davon das glaube ich nichts ein kleine grafik fehler beim laden aber dafür geht das laden des textes wenn man die anspricht bisschen schneller als normal ist ja auch schon mal was okay sonst ist glaube ich nichts und jetzt können wir auch nicht mehr dahin na gut so das war das was haben wir denn hier alle verfügbaren kräfte sind bereits im einsatz ich habe ansonsten niemanden und ich sehe auch keinen anlass aber diese untersuchungen wurden doch abgeschlossen sie hallo tochter du kommst gerade rechtzeitig damit ich mich nicht vergesse zähl in gedanken bis zehn bevor du antwortest dann ist die wut verraucht nur dass tiere in der regel verbrochen haben okay diesmal kann sie alles wirklich genau angucken gabis zimmer ja hat es in letzter zeit anzeichen für brandstiftung gegeben das ist jetzt natürlich das war in der zeitung oder sein dass bei dir auch eine erkältung im anmarsch ist hat es nicht mehr als üblich nur weil drei fälle direkt aufeinander folgten glauben alle es sei was dran an dem geheimnisvollen feuer teufel und sind bei der nachforschung die hände gebunden wir fehlen etliche beamte wegen krankheit irgendwie recht aktuell die thematik personalmangel durch krankheit ist ja im moment sehr verbreitet gerade ja das war willi glaube ich jetzt geben willi auch noch in der ganzen stadt umher und so was haben wir denn hier unten ach ja guten tag ich bin gabi glockner und das ist mein aus guten tag ich bin herbert achter nettes hündchen überhaupt nicht tiere geht mir genauso hat er sich selber als vorgescheche gebaut ist er das hier also die hässlichste und abschreckend eine person die ich kenne bin ich selbst naja da baue ich mich damit verletzt du die luft hoheit hat er alle kliniken angewettert das allein war die anschaffung so der nachbarn das ist ja dann eigentlich noch fieser das ist eigentlich richtig guter move ich glaube das würde ich auch so machen warte mal was macht der zwerg hier für eine bewegung eine ist so nach unten okay das geht ja doch gesagt okay der nachbar war es das vogelhäuschen habe ich im sommer einen ganz anderen verwendungszweck aber den verrate ich nicht also ich weiß nicht ob ich tatsächlich auch in diese kleingarten konnte ich glaube man hält sie am besten so fern wie möglich von dieser kleingarten kolonie nachdem was ich hier innerhalb von einer minute wird gesehen hier komme ich mit meinen freunden zur spukruine nicht wahr dort ist es nicht geheuer und so gefährlich für kinder wieso sollte ich glauben dass ihr wilden teenager achtsam seid naja wir sind von tkg ich war letzt mal in der zeitung wegen als fischfutter diebstahls hallo sei mir nicht böse aber ich kann nicht zulassen dass du dich und deinen hund in gefahr bringst was müsst ihr für ein raum der einfach über dem weg liegt das ist aber zwar gefährlich der muss natürlich auch entfernt werden ist klar sonst melde ich das hier dem kleingarten vorstand ich glaube hier auf der auf der anderen seite wohnt vielleicht der der in dem in diesem heikel beitrag war kann das sein aber das war nicht der hier oder was geht mit der fahne ja die ist schon echt komisch so das ist bei willi oben noch einen schönen tag herr pfarrer gott zum grüße danke fräulein ich hoffe dein kocker spaniel wie soll ich sagen markiert hier nicht sein revier keine bange ich war mit ihm gerade gassi außerdem weiß er sich in meiner gegenwart zu benehmen ja markier revier markieren ja nichts mit gassi gehen zu tun gabi das kann ja schon trotzdem noch sein beinchen heben vielleicht an diesen vogel bildet das wirkt ziemlich schaurig das ist aber feurig doch aber das thema feuer vogel fand ich sehr aufregend ich habe jungs festgestellt dass gemälde mit feuer motiven auf flohmärkten großen anklang finden gefällt es einem sammler dann kann ich auf dem kirchenbazar einen guten preis dafür erzielen was dann unserer gemeinde zugute kommt ein feuer vogel also das ist ja schon mal verdächtig wir müssen innerhalb der ersten fünf minuten schon einen verdächtigen aussprechen aber das wäre jetzt zu offensichtlich das erinnert mich an einen ausflug in die berge und wie wir gemsen beobachtet haben es liegen wir zur motiv suche ich müsste es allerdings mal ölen nicht zum münzen einwerfen auch wie friedlich ja motiv suche kann ich das bewegen vielleicht muss man da mal dann noch irgendwas später gucken wenn da so ein zug kommt oder so haben sie vor kurzem einen verwirrten mann mit struppigem bart gesehen kennen sie ein gebäude das im volksmund spukruine genannt wird kannst du rechts am teleskop weiter gucken haben sie es gibt in der gegend eine menge landstreicher warte mal einer wirkte tatsächlich etwas verwirrt jetzt dachte ich vermummelt beim beten als er an mir vorbei spazierte stellte ich fest dass er mit sich selber sprach was hat er denn gesagt also naja ok ach jetzt kann ich es nicht mehr anklicken ok dann müssen wir gleich nochmal mit jemand anderem hin ah ja die feuerwehr die ist natürlich auch involviert die sonne geht auf kann ich helfen vielleicht ich bin gabi glockner und habe mich oft gefragt was wohl wäre wenn mein freund zur feuerwehr ginge oh meine freundin war damals auch um mich besorgt franz hüllwart das ist viel zu gefährlich hat sie gesagt alles halb so gut gabi erst mal die fronten geklärt erst mal im ersten satz schon festgestellt ja mein freund mama hier meine freundin war ok so so ich denke gerade was gesehen hoch ganz schön hoch dafür muss man durch trainiert sein ok dann gehen wir uns mit tatsachen oder team die rutschen doch auch runter und klettern nicht daran hoch oder was oder nicht glauben sie dass sich brandstifter am feuer weiden ne sie hassen es jeder ist von feuer fasziniert denkt nur an kerzenlicht an flammen die einen ganzen wald im nu niederstrecken an brodelnde glut und funkenflüge bei vulkanausbrüchen gerade als feuerwehrmann hat man respekt vor der macht die vorher gegeben ist wie das feuer wütet und lodert ihr müsst jetzt so komplett übertreiben das ist ja gut man kann die spiele noch zu tausend mal lustig aber was soll kann ich hier an dem auto noch irgendwas kann ich mit dem auto weg fahren so dann haben wir jetzt eigentlich nur noch ja das ist aber jetzt eine andere begrüßung als die sonne geht auf ach gabi kennen sie pfarrer titian gut ach er ist eine seele von mensch und zieht nie über andere her allerdings kommt er oft mit irgendwelchen weisheiten ob man sie hören will oder nicht ok ich glaube mehr gibt es hier erstmal nicht im haus letztes mal konnten wir noch hinters haus gehen zum gärtner vier mit vögel geräuschen so ich glaube das waren alle locations oder ne was ist das hier ich dachte ich kenne alle hunde im block oder hat es auch gebrannt das ist oscar ich bin gabi von tkkg den detektiven ins b hier hat es doch gebrannt macht es nicht eine menge arbeit absolut als hauswartsfrau schuftig wie ein pferd naja solange mich nicht der hafer sticht was war das für ein gespräch gerade wer hat denn diesen dialog geschrieben das war ja richtig komisch warte mal hier kann ich mir sagen was sieh dir nur die olle schreibmaschine an wie oft habe ich madammchen nachts tippen hören darauf hat sie ihren roman stumpfen liesels hochzeit verbrochen irgendwoher kenne ich die stimme auch hat denn diese stimme nochmal haben sie vor dem brand einen leicht verwirrten mann bemerkt bad simpson wirklich haben sie vor dem brand einen leicht verwirrten mann bemerkt herzchen in meiner gegenwart sind alle kerle ja aber mal im ernst ab und zu lässt sich einer mit strubelbart blicken der nie recht weiß ob er kommt oder geht so ein armes schwein bei dem der kalt zu rieseln beginnt stimmt die war nämlich auch schon mal bei rocket beans zu gast friss meine shorts ja daher kommt mir das bekannt vor stimmt ich weiß dass es dir hier nicht gefällt was nun wieder raus oder weiter bleib hier oscar nicht weiter irgendwas stimmt hier nicht das ist ein kerzel schmachtende herzen von marlene süßholz so heißt die frau die hier wohnt oder viel mehr gewohnt hat ok liegt hier sonst noch etwas interessantes küche schmachtende herzen na gut können wir weiter auf ja ja ok aber dann aber jetzt glaube ich hier alles gesehen wenn ich mich nicht irre machst du das noch mal ach so das war der vater so ok dann würde ich glaube ich direkt mal hier zur feuerwehr gehen mit tim hey du junger spund ist heute schon tag der offenen tür ich bin tim und interessiere mich für brandeinsätze ich heiße hellwart franz hellwart du hast glück dass gerade kein einsatzbefehl vorliegt und ich zeit für dich habe ok wissen sie mehr über die drei brände die man einem feuerteufel zur last legt ich war bei den einsätzen dabei die polizei kommt automatisch hinzu ist momentan jedoch überlastet unsere schwurensicherung hat nichts kriminelles ergeben macht die feuerteufel geschichte ist dummes gewäsch also ist es ein feuerteufel wenn am anfang irgendwo irgendwas von diversen npcs abgestritten wird ist es meistens dann tatsächlich der fall so jetzt geht es hier leider hoch wenn das eine schaffen kann das ist wirklich der schnellste weg nach unten für dich wäre es ein klacks hinauf zu klettern aber wir sollten meine kollegen nicht wecken ah na gut dachte das wäre jetzt hier schon mal unser erster hinweis dass er das kann aber nein na gut dann wahrscheinlich zum spät anzeigen hier ist nichts mehr zu retten hoffentlich war zur zeit des brandes niemand zu hause aha das war wohl die garage eins zwei drei vier eckstein alles muss versteckt sein reden wir auch mal mit der jungen dame hallo du da weißt du dass du auf dem kopf stehst ich kann ja einen handstand machen damit sich das ändert angeber angeber hast du hier mal einen etwas komischen mann mit strubbelbart gesehen weißt du dass ich ein detektiv bin hoffentlich war der komische mann mit strubbelbart nicht beim spielplatz bitte bitte nicht in so eine richtung wieder hast du klar weißt du was der immer gemacht hat nein bitte bitte es reicht wenn jemand feuer teufel ist dann muss jetzt nicht noch ein düsteres düster teber dazu kommen okay so weiter geht's ja gewiss weiß ich doch ein moment hallo tim was kurz wenn du was auf dem herzen hast hier ist mal wieder die hölle los das kann man wohl sagen viele höllenanspielungen in diesem teil der drin wohl schon ihren raus ausgeschlafen haben haben sie die sendung ganz schön heikel gesehen geht in der stadt wirklich ein feuer teufel um können sie mal bitte ein wichtiges telefonat beenden ich habe eine frage haben sie die sendung ganz schön heikel gesehen was meinst du weshalb hier pausenlos das telefon klingelt heute werden die heißen eisen ausgepackt absolut der große phoenix mit seinen scherken zieht durch die lande und wo sein feuriger flügel weit steht die welt in flammen nur fort wir haben ihn ich komme gleich wieder ich wollte gerade hier anstellen was war das denn ja vielleicht ist er auf einem lab man weiß es nicht was ist denn hier noch ach so ach doch ja hier ist er doch ich bin klee günther klee ich habe die lizenz zum töten ja sicher ich bin karsten was und mein deckname lautet tim clever was auf sowas muss man erst mal kommen ja das ist ja richtig schlau wenn du an jemanden gerätst der dann wirklich irgendeine waffe dabei hat so stelle ich mich auch immer vorher hallo ich habe die lizenz zum töten okay sind sie der augenzeug aus dem fernsehen wie kommt es dass beide lauben hier so groß sind eigentlich dürfen lauben in kleinen gärten eine bestimmte grundfläche nicht übersteigen okay er ist der richtige für den kleingarten aber ich und der trottel nebenan sind vom alten schlag wir hatten für den bau eine sondergenehmigung der stadt weil der wohnraum einst so knapp war okay unsere erste vermutung dass wahrscheinlich da etwas nicht so gut läuft in der nachbarschaft dann sich bestätigt seitdem die scheuche wie mein nachbar aussieht habe ich ein problem weniger ich habe noch mal die hecken gemessen sie sind zwei zentimeter zu hoch kinder haben auf dem gelände nichts zu suchen aber der ist schon fast zu unsympathisch ist dass er das jetzt sein kann wohl er hat jetzt da natürlich so eine pistole die feuer machen ist auch wieder die feuer thematik die wird uns hier begleiten aber das wäre too much also wenn der wenn der jetzt auch noch der feuer teufel wäre das wäre glaube ich zu viel so wer da noch irgendwas zu sagen hat ach der tim ist klößchen ich meine willi da der ist mit uns unterwegs haben sie den mann vom phantombild noch einmal gesehen nein ich habe mit dem frühjahrsputz zu tun und komme kaum unter die leute der zwerg zeigt mit dem mittelfinger in richtung nachbar ach das habe ich ja gar nicht gesehen gucken wir gleich mal guten tag gott zum grüße ist das wetter nicht herrlich bisher er ist genau das richtige für einen frischluftfanatiker wie mich so jetzt warte ich nochmal ihr habt gesagt man kann da nach rechts noch darf ich mal hindurchschauen gern bei diesem prachtwetter lohnt sich das auch äußerlich nicht gerade das hexenknusperhäuschen aber zumindest gibt es einen besen und eine katze okay man sieht jedes mal was anderes da bin ich mal mit dem fahrrad langgekommen ach die ampel kenne ich bei der muss man viel zeit mitbringen okay wenn ich da residieren würde kämen alle mädchen zur brautschau angebettelt also lass das mal nicht die gabi hören du aber man kann offenbar nichts anklicken anklicken ich glaube schon sie fährt auch wieder dasselbe auto wenn ich das richtig sehe ja und der roller okay na gut tier tipp 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 Gut, das sind jetzt... Das Meilen sein Hobby ist, sieht man ja offensichtlich. Haben Sie... Sie ist kurz aufgeschreckt wegen eines Fremden. Leider spielte sich sein Auftritt hinter meinem Rücken ab. Als ich mich umdrehte, war er schon fort. Verirrte Schäfchen gibt es überall, mein Junge. Gut, wenn Sie dann zum Haus des Herrn finden. Ach so, ach. Ach, das ist die Kapelle oder Kirche oder so. Ich dachte kurz, dass er auch da wohnt. Ist das ein Rabel? Eine Dole. Eine Dole und ein Pfau hatten Streit. Jeder meinte, er hätte die besseren Eigenschaften. Der Pfau prallte mit seinen Federn. Deren Pracht musste die Dole anerkennen. Aber dann meinte sie, dass der Pfau eines bei aller Schönheit nicht könne. Fliegen. Als die Dole davonflog, blieb der Pfau am Boden und schämte sich. Eine weiße Farbe nicht wahr. Dann verbrannte alles. Okay. Waren wir jetzt auch mit ihm überall, oder? Sehe ich das richtig? Hm. Ja, nur, dass er hier wieder direkt weg geht. Oh. Offenbar ist das jetzt so der Slogan. Das haben sie bei den vorherigen Teilen, haben sie nur gesagt, sie wären bei TKKG. Kommt alles aus der ausgebrannten Wohnung. Keine Ahnung, was aus dem Zeug wird. Wenn nicht bald einer antanft, muss ich was unternehmen. Okay, aber hier ist es jetzt nur quasi die eine Wohnung, die da so ausgebrannt ist. Das wäre doch eigentlich weird für ein Feuerteufel, dass der eine bestimmte Wohnung da anzündet wird. Bei wem hat es denn gebrannt? Haben sie die Sendung ganz schön heikel verfolgt? Die waren sogar hier, haben mich vor laufender Kamera ausgequetscht. Gesendet wurde es nie. Wahrscheinlich hat ihnen missfallen, dass ich nicht... Ja, der da war's! ...geschrien habe. Äh, hier riet's immer noch nach Rauch. Am besten schnell durch. Wie einfach auch jeder so in die Wohnung rein kann. Ach du Schande. Ich gehe besser nicht zu weit hinein. Wer weiß, ob der Boden überhaupt noch trägt. Ganz vorsichtig. Scheint eines dieser zierlichen Tischchen gewesen zu sein, an denen junge Damen in uralten Filmen Liebesbriefe schreiben. Man kennt's. Hm. Okay. Tja, bisher hinweistechnisch noch karg. Aber das kennen wir ja von den Anfängen des Spiels immer gut. Dann würde ich jetzt mal mit Willi einfach mal zum Haus gehen. Ob der Willi da reinkommt jetzt. Hallo Willi. Ach, da sagt sie nicht, ach, der Willi. Irgendwas Neues von meinen Eltern? Bekommst du eigentlich nie eine Schnupfen? Die Eltern von Willi, es scheint auch so ein Runny-Gag zu sein, dass die halt immer unterwegs sind und irgendwelche krassen Sachen machen. Irgendwas Neues von meinen Eltern? Dein Vater hat aus einer Messehalle der Schokolazia angerufen. Bis Ostern sind deine Eltern auf jeden Fall zurück. Also in acht Monaten. Also was hat er denn da für einen besonderen Bezug zu Bertha immer? Ach Gottchen, woher haben sie denn das Teil? Das Teil wurde in den Bergen von Touristen beschädigt und danach ausrangiert. Es landete doch tatsächlich auf unserem Kirchenbazar. Diese Gelegenheit habe ich mir nicht entgehen lassen. Wir wissen doch, dass Bertha Methodenblender schon bei der Ruine war. Langweilig. Langweilig? Was hat er gerade gesagt? Okay, Tim hat ein bisschen mehr zu sagen. Langweilig. Okay, danke Willi für deinen Beitrag. So nicht, Willi. Siehst du hier noch irgendwas? So muss ich wirklich jetzt mit allen diese Geschichten... Warum das viele Feuer? Inspiration. Seit dem Mittelalter wird von Krähen und Dohlen berichtet, die Schäunen und Häuser in Brand stecken. Deshalb werden sie im Volksmund Feuervögel genannt. Heute noch wird uns Menschen zum Verhängnis, dass etwa glimmende Zigarettenstummel allzu verlockend nach Nestdekoration aussehen. Die Vögel brauchen ihre Worte nur fallen zu lassen, schon haben sie einen Brand verursacht. Sie stecken Häuser an? Das wusste ich ja gar nicht. What the fuck? Ja, wenn er in der ganzen Szene immer nur langweilig sein würde, das wäre auch was. Oh, langweilig. Wissen Sie, dass Bertha hier einen Verbrecher gesehen hat? Wird es ein Bild für die Kapelle? Oh, immer noch der. Keine Fisi-Mattenten, Dicker. Hä? Keine Fisi-Was? Alter, also... Krieg dich wieder ein. Ist ja auch gar nicht creepy, wenn du kommst da hin und der zieht mit einer Pistole auf dich. Zeigt er wirklich den Mittelfinger? So, wir gucken nochmal. Ist das der Mittelfinger? Kann schon gut sein. Ei, 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 ei. Verlaufen da nicht irgendwelche Drähte? Hey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Da drinnen habe ich eine Videokamera versteckt. Wenn Achter mir dumm kommt, habe ich Beweise vor Gericht. Scheiße. Also wir haben in jedem TKG-Spiel mindestens mal eine Person, die einfach super weird ist. Aber der führt die Top 3 jetzt möglicherweise schon an. Also, der ist, ähm... Das ist ja ein Kaliber. Wie ist das Fernsehen auf Sie aufmerksam geworden? Ja, eigentlich gute Frage. Ein Anruf genügte kaum, dass ich diesen komischen Heini gesehen hatte. Okay. Ich will nicht, dass sich da hinten wieder Kinder herumtreiben. Ich nehme alles auf mit meiner Kamera. Meine Güte. Okay. Ich habe zu wenig Leute. Was soll ich denn machen, wenn die Grippe grassiert? Hallo, Willi. Ich dachte, du hütest das Bett. Inzwischen ist mir wieder nach frischer Luft und Schokolade. Außerdem wäre TKKG ohne mich unvollständig. Ja, also Schokolade ist wieder strong in dem Teil hier. Oha. Da ist ja der Kollege. Wenn das Programm funktioniert, lässt sich die Identität unseres Feuerteufels auf Knopfdruck ermitteln. Das Durchfühlen von Aktenbergen ist dann nicht mehr nötig. Allerdings funktioniert das Ganze nur, falls der Gesuchte bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Das ist doch der Obel-Dieb. Ja, vielleicht was für Karl? Gucken wir auch mal hinten rein, ob ich es hier alles ist. Die Zellen sehen aber echt ungemütlich aus. Ist bei Ihnen wegen der Grippe das Chaos ausgebrochen? Haben Sie das Phantombild dieses angeblichen Feuerteufels gesehen? Wer nicht? Alle Welt liegt mir damit in den Ohren. Wir werden den Mann finden müssen. Das besagt aber noch lange nicht, dass er auch wirklich was auf dem Kerpols hat. Ja gut, wir haben ihn schon einmal kurz gesehen, ne? Ja. Wenn hier ein Feuerteufel gewütet hat, möchte ich ihn nicht zum Feind haben. Die Garage hat noch am wenigsten abbekommen. Mano, das hab ich gehabt. Ja, wir gucken jetzt auch mal, was die Kleine hier wieder macht. Hey, du siehst ja aus wie der fette Bär Balou. Na, ich danke. Du hast nicht zufällig ein Stück Schokolade für den tapsigen Burschen? Das Füttern der Bären ist dir strengstens verboten. Also, in dem Teil gehen sie wirklich all in auf Willi. Weißt du, wer in einem abgebrannten Haus gewohnt hat? Ein Spinner, sagt Vati. Weißt du, was der Spinner zu mir gesagt hat? Los, weil ich mal bei ihm reingucken wollte. Na, du kleine Spielbiel lieber woanders. Ist, ist zu gefährlich. Okay. Aber stottert der oder sie? Oder sie war krass sehr aufgeregt? Äh, hmm. Okay. Feuerwehr? Jetzt kommt doch bestimmt sowas in der Dusche. Das ist eh nicht der Enten hoch. Der Willi Sauerlich, der sonst alle Orte meidet, die nur im Entferntesten mit Sport zu tun haben. Alter. Sie kennen mich? Naja, ich bin nicht gerade hier, weil ich auf schweißtreibende Einsätze stehe. Ich bin der Dickste der Stadt. Ich finde Feuerwehreinsätze richtig spannend. Ganz der Vater. Dein alter Herr spendet uns lieber was, anstatt sich zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr anzuschließen. Ich dagegen, Franz Höllwart, bin Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Also ich fand, im letzten Teil ging's noch. Da hatten wir dann plötzlich nicht so viele Hihi, Willi ist dick. Aber hier, hier wirklich in jeder Szene. Und er selber sagt das auch. Die ganze Zeit, dass er Schokolade essen will. Also hier ist es jetzt nochmal richtig extrem. Okay. Jetzt kommt bestimmt ein Spruch, wenn er versucht, hier hochzuklettern. Ach, blöde Stange. Aber auf diesen Matten wirkt man ganz angenehm. Na, ein bisschen schwach auf der Brust? Schon dich lieber. Hält sie der Feuerteufel auf Trab? Stehen ihnen trotz der Grippewelle genügend Leute zur Verfügung? Also dieser Personalmangel scheint auch irgendwie ein Thema zu sein. Wie man's nimmt. Bei einem Großeinsatz käme unsere Berufsfeuerwehr in Bedrängnis. Bleibt noch die Freiwillige Feuerwehr. Leute aus der Umgebung, die bei einem Brand alles stehen und liegen lassen. Okay, haben wir mit ihm jetzt hier auch alles gesehen? Okay, bisher erste Spur noch Fehlanzeige. Nee, warte mal. Das fehlt, glaube ich, noch. Junge, du siehst nicht gut aus. Wie lieber nach Hause und pflege dich. Was soll man hören? Nein, die Pflicht ruft. Ich bin Willi von TKKG, den Detektiven in Spee. Wir möchten mehr über die ausgebrannte Wohnung erfahren. Pflichtbewusst, ehrlich, unnachgiebig. Von euch können sich Polizei und Feuerwehr eine Scheibe abschneiden. Siehst nicht gut aus, denn Grämpfeste auch noch, ja. Waren Polizei und Feuerwehr gründlich? Hat es im Haus schon öfter gebrannt? Ja, das ist vielleicht interessant. Nee, aber es passiert schnell. Bügeleisen nicht ausgeschaltet, Herdplatte vergessen, blühende Asche in die Plastikmülltonne geschüttet. Ich passe hier auf, so gut es geht. In unser aller Interesse. Ich hatte das auch mal bei den Nachbarn. Es sind zwei ältere Leute gewesen. Ich glaube, die hatten die Herdplatte angelassen und dann so ein Abtrockentuch drauf. Und dann war es auch am Qualm wie sonst. Ich dachte, was ist mit denen los? Und der alte Mann versuchte, irgendwie die ganzen Feuermelder auszumachen. Da habe ich dann natürlich geholfen und habe der in der Wohnung die ganzen Feuermelder ausgemacht. Hier ist es aber kühl. Wenn es nicht so makaber wäre, würde ich glatt ein Feuerchen vorschlagen. Aber es geht schnell. Furchtbar. Wer hebt denn bis Osterlein Adventskranz auf? Bloß nicht durchbrechen. Hier scheint ein ganzer Berg Papier verbrannt zu sein. Vielleicht Briefe oder Manuskripte. Bei mir fing mal eine Mehrfachsteckdose an zu schnurren. Oh, das ist auch ein Ding. Mehrfachsteckdosen, vor allem wenn die schon älter sind, sind, glaube ich, auch gefährlich. Ich glaube, ich habe mal einen richtigen Stromschlag bekommen, weil an dem Kabel irgendwas nicht so hundertprozentig war. Und dann meinte auch irgendwie der Sicherheits... Wir haben da so ein Sicherheitsseminar gemacht an der Uni, dass die Steckdosen oder so auf ein Kabel drehten schon sehr gefährlich sein kann. Weil da super viel Strom drauf ist. Und wenn sowas dann auch noch in Brand gerät und mit Strom und allem... Ja, deshalb bin ich jetzt so. Dann bin ich mehrfach da drauf gedreht. Ja, was ist das hier? Wie, wie... Ja, am besten so mehr Mehrfachdinger nicht irgendwie schnell billig einkaufen, sondern irgendwie schön mit Schalter und Schutzsachen. Ein trauriger Anblick. Da sieht man mal wieder. Auch betuchte Madamechens haben Plunder. Okay, ja, sie war auch schon... Ach nee, betucht. Ich habe ihn gerade alt verstanden. Aber Madamechen hört sich auch älter an. Vielleicht eine ältere Frau, die da ihre Sachen schreibt und offenbar gut Geld hat. Jetzt alles, ne? Okay, Karl ist jetzt hier unsere letzte Hoffnung. Oh Gott. Oh Mann, ey. Der Mann vom Phantombild. Flammen. Überall breiten sie sich aus. Lecken an allem, was sich ihnen in den Weg stellt. Ein lichtes Lodern. Heiliges Bangen. So voller Leben. Tod. Gehen sie nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Steht, die verlassen immer den Ort, sobald sie den sehen. Und dann, wenn man wieder... Hergeweise Styropor. Soviel ich weiß, entwickelt das beim Brennen einen giftigen Ruß. Was ist wohl hier? Hier in den Säcken oder was? Klingsporen, Klingsparen. Irgend so was steht da. Vielleicht kommt ein Zuname später nochmal. Eine Garage, aber kein Wagen. Kannst du das? Ohne Hände. Ey, du schummelst. Iiii. Eine gefährliche Brillenschlange. Oh, ich wusste es. Ich hätte gerade 100 Euro setzen können. Ich wusste es. Ich schau in meine Augen und ich hypnotisiere dich. Du wirst müde. Du wirst müde. Du wirst müde. Na und? Dann mache ich einfach die Augen zu. So. Ich liebe auf, dass der Stoßbube dich da nicht holt. Und ich da mal ordentlich unterstößt von dem Gerät da. Kannst du mir sagen, wo ich einen Mann mit weißem Bart finde? Hast du gesehen, wie das Haus gebrannt hat? Mann mit weißem Bart? Ja, die Installation der Computerprogramme ist so gut wie abgeschlossen. Hallo, Carl. Du scheinst es ja regelrecht zu riechen, wenn sich bei uns was Neues tut. Ich muss dich wegen unserer elektronischen Verbrecherkartei allerdings auf ein andermal vertrösten. Verbrecher auf Tastendruck finden? Hört sich fortschrittlich an. Gucken mal. Da müssen sich die Datenerfasser ganz schön ins Zeug legen, ehe man das Phantombildprogramm mit der Verbrecherkartei koppeln kann. Aber dann? Phantombild erstellen, Knopf drücken und schon hat man Name und Adresse des Verdächtigen. Ich glaube, so sah das wirklich aus, 1999 oder 2000 oder was. So, ist hier jetzt mal irgendwas? Was ist denn das hier? Ob eines Tages unsichtbare Kraftfelder die klassischen Gitterzellen ablösen werden? Wie ein Science-Fiction-Film. Vielleicht wird ja dieser komische Typ irgendwann mal da reingesteckt und dann muss man da nochmal mit ihm reden oder so. Sind Sie in puncto Brandstiftung gerade einem Serientäter auf der Spur? Wann kann ich mir die elektronische Verbrechersuche vorführen lassen? Das macht erst Sinn, wenn die Datenerfassung unserer Aktenberge abgeschlossen ist. Danach wird die erstellte Datenbank für den PC mit unserer Phantombild-Software verknüpft. Das Garagenfenster gut angucken. Ich meine, das hätte ich versucht. Das ging nur, achso. Das Fenster liegt genau gegenüber der Stelle, wo sich die Tür zum Wohnbereich befand. Eine Sammellinse? Und wenn die nun so arrangiert war, dass das einfallende Sonnenlicht von da oben, sagen wir Styropor, entzündet hat. Sieh sich das einer an. Klarer Fall von Brandstiftung. Soll ich die Linse mitnehmen? Lieber nicht, sonst behindere ich die Spurensicherung von Polizei und Feuerwehr. Ja gut, die hätten die doch jetzt dann auch schon mal mitgenommen, oder? Okay. Achso, hier war ich mir gerade. Keinen Schritt weiter! Sie glauben doch nicht, dass ich mir von einem Spielzeug Angst einjagen lasse. Na, da ist schon ein bisschen Respekt. Ich hasse es, wenn zur Erntezeit starre mir die Kirschen klauen. Letztes Jahr habe ich sogar einen Silvesterknaller zünden müssen, um die Biester loszuwerden. Rumpf ist der Schwarm zu meinem Nachbarn geflogen. Hihihi. Warum haben Sie so ein komisches Feuerzeug? Haben Sie tatsächlich gesehen, wie der Feuerteufel die Brände gelegt hat? Junkchen, es hat dreimal gebrannt in kürzester Zeit. Ich habe diesen Typen hier herumschleichen sehen und der war noch unheimlicher als unsere Spukruine. Sogar versponnener als mein Nachbar. Da liegt der Rest auf der Hand. Schön hier geblieben! Bitte, was ist denn das? Leg dich da mal hin. Alter Feuerdäubli unterm Tisch. Dass er mit seiner Feuerpistole hier nicht rumschießt. So. Tja, Bärte sagt eigentlich so viel. Grüß dich, Karl. Ist der Hausherr da? Ich meine, Willi? Der Hausherr ist immer noch Herr Sauerlich. Sauerlich Junior hockt in seinem Zimmer. Oh! Hallo, Klößchen. Pflegt dich dein Holder Drache Bärte auch schön? Lass sie das bloß nicht hören. Zum Glück gibt sie sich ganz dem Frühjahrsputz hin und lässt mich in Ruhe. Jedenfalls so lange, bis mein Zimmer an die Reihe kommt. Okay, also Willi hat natürlich in seinem Zimmer ein Bild von der Milka-Crew und von Buddha. So, und was ist denn das hier? Ein Sportesel, ein Rennesel. Tennisschläger. Haben wir es bei unserem Fall nun mit Brandstiftung zu tun oder nicht? Wir sollten nichts auf voreilige Schlüsse geben, sondern die Tatorte unabhängig voneinander begutachten. Genau, Klößchen. Dir hilft nur Spurensuche. Ich hoffe, es hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, wen haben wir denn da? Nicht so schüchtern, Kleiner. Ich heiße Karl Vierstein und interessiere mich für Technik. Da haben wir etwas gemeinsam. Hellwart, merken Sie sich. Technik und Mut. Das macht die Brandbekämpfung gut. Hab über meinen Ausbilder gesagt. Welche Spuren werden bei einer Brandstiftung hinterlassen? Haben Sie die geschickt arrangierte Sammellinse in Herrn Klingspawns Garage bemerkt? Klingspawn. Der mit dem vielen Styropor. Ohne Atemschutzmaske hätte ich eine Rauchvergiftung bekommen. Es war ein Fall von Selbstentzündung. Dort hat niemand nachgeholfen. Ihr Kids habt eine blühende Fantasie. Gut, da kann ich die Linse ja jetzt mitnehmen. Mann, wie im Sportunterricht. Wenn ich nur daran denke, wie man sich die Hände verbrennen kann, wenn man mit bloßen Händen ein Kletterseil hinabrutscht. Nein, danke. Ich glaube, deine Talente liegen auf einem anderen Gebiet. So, aber jetzt kann ich die Linse ja nehmen, oder nicht? Wenn sie gesagt haben, dass es nichts damit zu tun hat. Ah! Wo ist die Linse? Wo ist die Linse denn hin? So ein Mist. Toll. Achso, ne, stopp. Gefällt dir meine Frisur nicht? Entschuldigung, ich bin Karl von TKKG, den Detektiven ins B. Wir wollen aufklären, was sich bei den jüngsten Bränden wirklich abgespielt hat. Ihr wollt herausfinden, was Polizei und Feuerwehr entgangen ist? Meinen Segen habt ihr. Wie ist das Feuer denn ausgebrochen? Eine gute Stunde, nachdem Frau Süßholz ihre Wohnung verlassen hat, begann es brenzlig zu riechen. Ich schnappte mir den Generalschlüssel, um mir Zugang zu verschaffen. Das war wegen des Feuers bereits zu gefährlich. Also habe ich das Haus zusammengetrommelt und die Feuerwehr alarmiert. Es dauerte ewig, bis sie kam. Dann hieß es nach einer kurzen Begehung nur, da hat ein alter Adventskranz gebrannt. Abstrus. So, dann muss ich mal drüben sein. Ich kann von Glück sagen, dass es nicht meinen Hausrat erwischt hat. Durch das Löschwasser habe ich zwar einen Fleck an der Decke, aber durchgekommen ist es nicht. Es hat brenzlig gerochen. Mann, ist das trübe hier. Augen zu und weiter. Auf den ersten Blick scheint es so, als habe ein alter Adventskranz den Brand verursacht. Er muss dort die Verrußung am stärksten sein. Sachte, sachte. Hier ist die Verrußung am stärksten. Sieht aus, als hätte es eine kleine Explosion gegeben. Dazu noch Wachsreste. Hier wurde übersehen, dass eine Kerze langsam niederbrannte, bis sie auf etwas leicht Entflammbares traf. Die Spurensicherung hätte Wachs und Aschermal unter der Annahme untersuchen sollen, dass Benzin im Spiel war. Benzin! Das sind wir! Besser nicht, sonst zieht die Spurensicherung der Brandkommission erst recht falsche Rückschlüsse. Achso, müssen wir jetzt erst wieder mit Gabis Vater reden und sagen, habt ihr da mal das Wachs untersucht? Dann kommen wir danach wieder und dann ist es weg. Achtung, jetzt pass auf. Wo ist er? Sind Sie in puncto Brandstiftung gerade einem Serientäter auf der Spur? Wann kann ich mir die elektronische Verbrechersuche vorführen lassen? Nicht. Sind Sie in puncto Brandstiftung gerade einem Serientäter auf der Spur? Eigentlich kann davon überhaupt nicht die Rede sein. Aber die Öffentlichkeit macht tüchtig Druck, weil ein Fernsehbericht den Leuten Angst eingejagt hat. Es wäre schön, wenn alle einen kühlen Kopf bewahren könnten, anstatt Gespenster zu sehen. So, jetzt haben wir ja da das gefunden. Jetzt ist die Frage, wenn wir wieder da hingehen, ob es dann genau wie bei dem Spurenglas jetzt die Kerze weg ist. Soll ich die Reste mitnehmen? Besser nicht, sonst zieht die Spurensicherung der Brandkommission erst recht falsche Rückschlüsse. Ja, jetzt kommt der. So. Tja, aber jetzt waren wir ja wieder überall, oder? Nee, oben noch nicht. Oder das? Äh, hallo? Gucken wir auch mal. Da können Sie sich auch mit Feuerwehrmann reden. Schade, kein Zug in Sicht. Können Sie wirklich solche Jump-Scares einbauen? Das ist noch in unserer Stadt. Imposant. Ich wüsste nicht mal, wie man von hier dahin kommt. Tja, wer beobachtet hier eigentlich wen? Okay, wir reden auch nochmal von Feuerwehrmann. Haben Sie vom Feuerteufel gehört? Wie kommt es, dass Ostern immer anders fällt? Nur vom Teufel. Das Osterfest wird am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Fällt der Vollmond ausgerechnet auf einen Sonntag, findet das Osterfest eine Woche später statt. Das wurde im Jahre des Herrn 325 so festgelegt, nachdem es wegen des Termins zu einem langen Streit gekommen war. Ui, das war schon lange so. Ist das eine Dohle? Gut erkannt. Eine Dohle sah, wie ein Adler ein Lamm davon trug. Die Dohle glaubte, sie sei ebenso stark und nahm sich einen Widder vor. Vergebens. Sie verhedderte sich in der Wolle. Ein Hirte befreite sie und beschnitt ihre Flügel. Was ist das für ein Vogel? Fragten die Kinder des Hirten. Und er sprach, gerade noch hieb er sich für einen Adler. Nun aber sieht er ein, dass er eine elende Dohle ist. So geht eine Farbe von Esor. Also sprechen wir mal dem Feuer, wenn man auf diese Kerze ahnt. Haben Sie die geschickt arrangierte Sammellinse in Herrn Klingsporns Garage bemerkt? Sind Ihnen in Frau Süßholz' Wohnung die Hinweise auf eine gesonderte Kerze entgangen? Zwei Fragen, die einen Schluss zulassen, dass er unfähig ist. Süßholz. Ach, der Adventskranz. Nein, da liegst du schief. Überlass die Arbeit, lieber uns Experten. Und glaub nicht alles, was einem das Fernsehen auftischt. Okay. Jetzt haben wir ihn sowohl auf die Linse als auch auf die Dinger da ansprochen. Jetzt wird es wahrscheinlich weg sein. Ah ja. Okay, also die zwei Spuren, die wir hatten, sind jetzt weg. Tja. Schnappt uns alles weg. Ja, wir haben das jetzt zweimal den Feuerwehrmann erzählt und zweimal war es dann plötzlich weg, ne? Ist das da nicht die Tischplatte aus Frau Süßholz' Wohnung? Wen kümmert's noch? Wer hat's denn hingelegt? Kann ich das nochmal fragen? Wie ist das Feuer denn aus? Ist die Mieterin im Ersten eine leichtsinnige Person? Madamechen? Sie ist ein dermaßen vorsichtiger Mensch, dass sie sich ständig vergewissert, ob nicht doch noch Licht brennt, ob der Ofen aus ist, ob sie die Tür abgeschlossen hat. Ist das da nicht die Tischplatte aus Frau Süßholz' Wohnung? Wen kümmert's noch? Kennen Sie jemanden, der Brände legt? Ja. Das wäre jetzt so eine klassische Stimmfrage. Gut, jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir eigentlich alles uns angeguckt haben. Ja, wir könnten jetzt nochmal gucken, ob hier jetzt die Kollegen wieder wach sind. Sorry, keine Zeit. Aus dem Weg. Wir rücken nur aus. Okay. Äh. Irgendwas hat sich verändert. Ich frage, ob das Mädchen jetzt wieder was anderes sagt. Hast du hier mal einen etwas komischen Mann mit Sch- Weißt du, dass ich ein Detektiv bin? Angeber, Angeber. Aber wenn hier die Feuerwehr weg ist... Guck mal, ob das jetzt einfach leer ist. Oh ja. Freie Bahn, den Tüchtigen. Das kann man doch hier hoch. Nö, nö. Okay, was immer ich auch anstelle. Ich muss alles so zurücklassen, wie ich es vorgefunden habe. Also für heute ist aber auch hier ein Feuerteufel unterwegs. Was ist denn heute los hier mit dem Hund? Wirklich mein. Das ist eine aufregende Geschichte, aber du kannst dich trotzdem mal hinsetzen. Ah, okay. Steven Ring. Feuerwind. Gemeinsam ans Ziel alter Sehnsucht. Achtung, mit dem Glück im Bunde. Ist das hier von der Frau? Fränzchen Höllwart von seinen Eltern in Liebe. Weihnachten 1969. Ob Fränzchen schon damals davon geträumt hat, eines Tages Feuerwehrmann zu sein? Meine Güte, kann man sich das... Das war jetzt privat. Thema, was ich einmal werden möchte. Ich möchte sofort bei der Feuerwehr arbeiten. Note 1. Vor allem, ja, sind meine Eltern Lutz Höllwart und Marie Höllwart bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Achtung, meine Güte. Oh, hier so ein Fränzchen. Ja. 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 Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Was? Wieder, oh Mann ey, wieder musste ich, ich kann es kaum lesen, nachräumen. Wann waren Süßholz so unendlich? Ich kann es kaum lesen. Der liest es nicht vor, wie sonst immer. Aufräumen. Nee, nachräumen. Ja, ich versuche zu klicken, aber er liest es nicht. Spuren beseitigen. Ihren Anschlag hatten sie selbst dem Umstand zu verdanken, dass die Ermittlungstaktiken oder von einem Grippevirus behindert werden. Mich dagegen vertreiben sie, verdrösten sie. Ich kann es kaum erwarten, die... Die Petition zu begleiten? Was? Ihren Aufstieg? Ich kann es kaum erwarten, die irgendwas, die unsere Hoheit, unsere Hoheit in seiner Güte so vorgesehen hat. Was? Die Position. Achso, die Position zu... Nachdem sie den Verrückten der Brandstiftung beschuldigt hat, lege ich gegen... Achso, Scheiße, ich kann es wirklich kaum lesen. Ich kann es kaum... So, guck mal, Itze kann es gut lesen. Ich kann es kaum erwarten, die Position zu bekleiden, die unsere Hoheit in aller Güte vorgesehen hat. What? Die Abtrünnigen? Ihren Aufstieg haben sie allein dem Umstand zu verdanken, dass die Ermittlungsarbeiten der Behörden von einem Grippevirus behindert wurden. Nachdem ein Idiot den Verrückten Abtrünnigen der Brandstiftung beschuldigt hat. Okay, ist ein wiederer Text. Wer könnte ihre Güte je ersetzen? Oh Gott, wer kann das von euch gut lesen? Das ist superschwierig zu lesen für mich. Wie sicher ist U-Bahn fahren? Das war vor einem Jahr sind meine Eltern gestorben. 30 Menschen ums Leben gekommen. Rauchen in der U-Bahn verbieten. Unglaublich. Ein paar Staubflocken, ein gedankenlose Raucher. Ihr müsst es reinschreiben, ich kann es wirklich nicht lesen. Unglaublich. Ein paar Staubflocken, ein gedankenlose Raucher, Verkleidungen aus Holz. Und schon hat ein simpler Funkenschlag 30 Menschen das Leben gekostet. Ich weiß nicht, warum ihr das so super gut lesen könnt. In der Geschlossenheit des unterirdischen Tunnelsystems der Londoner U-Bahn ist eine Feuerwelle entstanden. Ein Albtraum. Für Elise konnte ich spielen, aber die Handschrift hier... Grausiger Gedanke. Jetzt hat das Feuer alles bereinigt. Okay, das ist schon wieder Text. Und dann? Endlich? Endlich denkt man darüber nach, ob es nicht besser wäre, die die hölzernen Rolltreppen von Anu da zu mal, durch Metalle zu ersetzen und das Rauchen in der U-Bahn zu verbieten. Okay. Okay, das ist... Das kann ich besser lesen. Ich möchte bei der Feuerwehr arbeiten und zur Stelle sein, wenn es brennt. Dann lösche ich die Flammen. Bei einem ganz großen Brand müssen die anderen helfen. Hier, wie damals in Kalifornien, San Francisco. 1906 hat es dort ein schlimmes Erdbeben gegeben. Dabei kann nämlich auch Feuer entstehen. Die Leute mussten schnell aus den Wohnungen, obwohl die Herd noch an war. Es kam zu vielen kleinen Bränden. Außerdem gingen Gasleitungen kaputt. Dadurch brach überall gleichzeitig Feuer aus. Ach, dadurch brach es. Das nennt man ein Inferno. Es gab 700 Tote. Später hat es zum Glück geregnet. Ich möchte kein Inferno in unserer Stadt. Ein Feuerwehrmann muss gut ausgerüstet sein und starke Nerven haben. Die habe ich ganz bestimmt. Note 1. Hast dich gut... Du hast dich gut informiert. Die Schrift kann ich nur lesen. Die Erwachsenenschrift Okay. Auf jeden Fall schon mal komisch. So. Mehr gibt es hier auch jetzt nicht. Hä? Das... Das warst du hier schon wieder. Stammt alles aus der ausgebrannten Wohnung. Keine Ahnung, was aus dem Zeug wird. Wenn nicht bald einer antanzt, muss ich was unternehmen. Bei wem hat es denn gebrannt? Er hat es besessen von Feuer, der Typ. Haben Sie die Sendung ganz schön heikel verfolgt? Von Spuren beseitigt. Ist er denn wieder da? Kann ich da wirklich nichts mitnehmen? Nee, Lesezeichen kann ich auch nicht gucken, was er da gerade liest. Dann sage ich nur in das Mittlerer. Fränzchen Höllwart von seinen Eltern in Liebe. Weihnachten 1969. Ob Fränzchen schon damals davon geträumt hat, eines Tages Feuerwehrmann zu sein? Vielleicht auch mal mit Willi reden. Ach, der Tim. Ist Klößchen. Ich meine Willi da. Ah, komm nur herein. Aber er soll sich noch etwas schonen. Hörst du? Mensch Klößchen. Sogar im Internat, in unserem Adlernest, bist du ordentlicher als in eurem Gästezimmer. Weiß ich doch, großer Häuptling. Bis meine Eltern zurück sind, habe ich klar Schiff gemacht. Ui. Ui. Sieht so aus, als hätten wir es bei Süßholz und Klingsporn tatsächlich mit Brandstiftung zu tun. Ob es mehrere Feuerteufel gibt? Und wer beseitigt nur die Beweise? Was ist in der Tasse? Das wird sich herausstellen, Klößchen. Verlass dich drauf. Uuuuh. Ich sehe nur dich noch richtig. Ich bin hier. Zack. Ähm. Geht in der Stadt wirklich ein... Haben Sie die Sendung ganz schön heikel? Doch nicht. Hm. Ganz schön still, was, Oskar? Sie können jetzt nicht hier hoch, ne? Es wird nichts. Sag mal, Oskar, lachst du mich etwa aus? Ja, zur Spukruine. Vielleicht müssten wir einfach gucken, bis dieser komische Mann da mal weg ist. Ja, die wechseln Sie mal ab, offenbar. Wussten Sie, dass Sie von einer Kamera in der Vogelscheuche Ihres Nachbarn beobachtet werden? Hm. Das ist ungeheuerlich. Das gibt Rache. Ihr Teenager passt wirklich gut auf. Da brauche ich mir, um euch tatsächlich keine Sorgen zu machen. Oh, da wird dann... Ja! Okay, sehr gut. Sieht, die Flügel klingen hier schaurig. Hm. Die muss nach dem Brand hierher gekommen sein. Was war das gerade? Was habe ich da aufgesammelt? Ja, aber nimm. Wenn wir hier ran, können wir nicht kippen. Ja, gehen wir doch mal zu Papi. Kann man nicht geben. Hat es in letzter Zeit Anzeichen für Brandstiftung gegeben? Kann es sein, dass bei dir auch eine Erkältung im Anmarsch ist? Das würde mich nicht wundern. Ich habe mich in der Apotheke mit ein paar Präparaten eingedeckt. Für den Notfall. Ansonsten gibt es viel Vitamin C. Ich darf einfach nicht ausfallen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt mit allen Daten zur E-Mail kommen. Guten Tag, ich bin Tim von TKKG. Den Direktiven ins B. Da kann ich Sie beruhigen, Herr Achter. TKKG ist kein Fernsehsender. Wir sind zu viert und nennen uns Detektive ins B. Spukt es in der Ruine da hinten wirklich? Dort hat ein schönes Haus gestanden. Aber mit den Besitzern war nicht gut Kirschen essen. Man sagt, etwas Böses sei dort geschehen. Fakt ist, dass alle das Gebäude heiß über Kopf verließen, sodass es seitdem leer steht. Gespenstisch. Das ist wirklich kein Spielplatz für Kinder. Kann mir nichts machen. Ich glaube, wir können es nur einmal einsammeln. Ich glaube, wir können es nur einmal einsammeln. Warum haben Sie so ein komisches Feuerzeug? Haben Sie tatsächlich gesehen, wie der Feuerteufel die... Warum haben... Ich rauche nicht mal. Im Gegensatz zu manchen Luftverpestern. Aber mir reicht schon seine abschreckende Erscheinung. Wir leben halt in einer Welt voller Konflikte. Schön hier geblieben. Ah, okay. Okay, wenn der Typ da hin ist, kann ich nicht zur Ruine gehen. Wahrscheinlich immer so, dass man guckt, dass der gerade nicht da... Wie ist das Fernsehen auf Sie aufmerksam geworden? Ernten Sie Kirschen vom Baum Ihres Nachbarn? Was in meinen Garten hängt, gehört mir auch. Erst wenn ich alles Irdische hinter mir lasse, kann mir das egal sein. Ich weiß noch nicht, wie der damit zusammenhängt, aber es ist auf jeden Fall auch irgendwie komisch. So. Was machen wir denn jetzt mit der Kippe? Wo ist das kleine Mädchen vielleicht weiter? Wo sind denn deine Eltern? Hast du andere Kinder mit Feuerspielern? Papa ist im Bau. Nein, auf dem Bau. Mama ist einkaufen. Ja, das ist ein Unterschied. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier etwas zu entdecken gibt. Okay. Klingsporn ist im Feuerwehrwoberventuren. What? Wo ist das denn? Hat es in letzter Zeit Anzeichen für Brandstiftung ge... Kann es sein, dass bei dir auch eine Erkältung... Mann! Ach, Gabi. Deren Aufstieg passt sie eben nicht. Kennen Sie Pfarratizia? Was machen eigentlich Willis Eltern? Die Sauerlichs befinden sich auf der Schokolazia, einer Messe. Da geht es um Lizenzen für edle Pralinen- und Schokoladenrezepturen. Wenn du zu Willi willst, pass auf Oskar auf. Ich hab gerade frisch gewischt. Ja, 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 ja. Hallo, Klößchen. Warum bist du eigentlich nicht mit auf der Schokoladenmesse? Ach, Schokolade, Nougat, Pralinen. Auf einer solchen Messe könnte ich nicht an mich halten. Meine Eltern haben mir versprochen, gratis Proben mitzubringen. Sieht so aus, als hätten wir es bei Süßholz und Klingsporn tatsächlich mit Brandstiftung zu tun. Ob es mehrere Feuerteufel gibt? Und wer beseitigt nur die Beweise? Wenn wir das herausfinden, sind wir einen großen Schritt weiter. Wer sind Sie? Ich bin ein Nichts, unwürdig, ungläubig, unmenschlich. Doch wenn mich der Atem der Klarheit streift, sehe ich Feuer auf Feuer und er, der große Meister, fährt fort. Und ich rufe, aufhalten, aufhalten, aufhalten. Sie armer Mann, ganz ruhig, ich tue Ihnen nichts. Warten Sie hier einen Moment. Ja, er ist wieder weg. Keinen Schritt mehr. Aus, Oskar. Haben Sie es nicht eine Nummer kleiner? Den hat der Feuerwehrmann im Bug als Abtrünning bezeichnet. Hey, war doch nur Spaß. Ich tue keiner Fliege, was zu leide. Wie hat denn der Brandstifter hier Feuer legen können? Wie stehen Sie zur Nachbarschaft? Wie hat... Was weiß ich? Vielleicht hat er ein Streichholz in die Ruine geworfen, ist doch auch egal. Um die Bude ist es nicht schade. Wenigstens hat das Feuer diesen Ort von allem Bösen gereinigt. Als es da Gespenster gab, sind die ganz schön gegrillt worden. Also, hm. Es sind echt irgendwie einige wierende Leute unterwegs in diesem Spiel. Abschreckender als diese Visage kann kein weiteres Gesicht sein. Schön haben Sie es hier. Ja, ein Herbert Achter lässt sich auch nicht so leicht unterkriegen. So, so. Langweilig. Euer Nachbar, Herbert Achter, ist auf du und du mit unseren gefiederten Freunden. Wie macht zum Beispiel die Rabenkrähe, lateinisch Corvus, Corona, Corona? Erstaunlich gut. Glauben Sie, dass jemand in der Spukruine gezündelt hat? Fühlen Sie sich von Ihrem Nachbarn belästigt? Hm. Hm. Er hat schon auch mit Feuer zu tun, dieser Typ hier. Jetzt weiß mein Nachbar, woher der Wind weht. Da haben irgendwelche Überreste gebrannt. Will ich noch mal beim Fahrrad gucken? Oh Mann, ey, der schreckt mich. Das Fantombild. Ja, Fantome sind wir, schwarze Schatten. Ich bekenne mich schuldig. Es war mein Feuer. Was hab ich nur getan? Was hab ich nur getan? Bleiben Sie, wo Sie sind. Nicht weglaufen. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann. Jetzt ist er wieder weg. Was haben wir denn doch gerade gehabt? Wissen Sie, dass Bertha hier einen fabriert? Wird es ein Bild für die Kapelle? Gott bewahre, nein. Ich male für den Kirchenbazar. Viele Leute mögen Bilder mit Motiven ihrer Heimat. Tja, so viel hab ich jetzt nicht mehr vom Pfarrer erfahren. Aber ihr meint, der hat noch coole Infos, oder was? Wissen Sie, dass Bertha hier einen fabriertes ein Bild für die Kapelle? Hm. Ein trauriger Anblick. Da sieht man mal wieder. Auch betuchte Madamechens haben Plunder. Tim noch mal bei der Ruine gucken. Ich dachte, das hätten wir jetzt schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Warum können wir nichts machen? Wahrscheinlich erst später. Dass er da irgendwie rüberklettert und dann von da in die Ruine, oder sowas, meint ihr? Ja, das könnte gut sein. Wissen Sie, dass Bertha hier einen fabriert? Wird es ein Bild für die Kapelle? Hm. Ja, Tim muss noch irgendwas machen. Feuerwehr noch mal. Das ist mal noch unterwegs. Hast du hier mal einen etwas komischen Mann mit Strubbelbart gesehen? So viel hat er geredet. Weißt du, was der immer gemacht hat? Bla, 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 bla. So viel hat er geredet. Ganz schön blöd, was? Kleingärten sind schon ein wichtiger Punkt, ja. Sind Sie der Augenzeug aus dem Fernsehen? Wie kommt es, dass beide Lauben hier so groß sind? Sind Sie der Augenzeug aus dem Fernsehen? Günter Klee, unverkennbar. Kannst mich ruhig Günni nennen. Ich freue mich, wenn der Feuerteufel im Knast sitzt und wir anständigen Bürger wieder ruhig schlafen können. Ich möchte Willi noch mal da hinten gucken. Guten Tag, Herr. Gesundheit, Kleiner. Achter. Achter heiße ich. Wer bist du? Willi sauerlich. Meine Eltern haben auch einen Garten. Aber die ganze Arbeit bleibt am Personal hängen. Waren Sie dabei, als neulich das Fernsehen kam? Mich haben Sie als Ersten interviewt. Ich habe den Knöchen klar gemacht, dass in der Ruine Kinder spielten und Teenager ihren Spaß hatten. Nix hokus pokus. Kaum kam Ihnen mein Nachbar mit irgendwelchen Teufeleien, war ich abgemeldet. Von mir haben Sie nichts gesendet. Ja, das ist heikel, ne? So kennen wir unseren... Oh. Gut, dass ich Sie treffe. Kommen Sie oft hierher? Drehen Sie sich dann eine Zigarette? Vielleicht auch in anderen Häusern? Hauptsache es glimmt, ne? Und brennt? Ich weiß, ihr haltet mich alle für verrückt. Alle denken, ich wäre der Feuerteufel, kein Wunder. Aber ich bin nicht euer Mann. Im Grunde bin ich wie ihr auf der Suche und will das Schlimmste vermeiden, wenn nur diese bösen Erinnerungen nicht... Ich glaube, aber Sie brauchen Hilfe. Lernen Sie nicht wieder weg. Bis gleich. Jetzt ist er doch wieder weg. Ich sag's nicht. Hm. Eine Vogelfeder. Ja, jetzt sag nicht, dass am Ende das jetzt einfach kommt raus, das waren die Dohlen. Also das können wir jetzt nicht haben am Ende als Lösung. Jetzt gehen wir nochmal zu unseren Dohlen-Experten. Warum das viele Feuer? Gabi und Dohlen. Gabi und Dohlen. Deshalb werden sie im Volksmund Feuervögel genannt. Heute noch wird uns Menschen zum Verhängnis, dass etwa glimmende Zigarettenstummel allzu verlockend nach Nestdekoration aussehen. Die Vögel brauchen ihre Beute nur fallen zu lassen, schon haben sie einen Brand verursacht. Ich tippe auf die Wild Girls, die sind für viele schon ein Idol. Ach, du meine Edel. Wissen Sie, dass Bertha hier ein Ver- Wird es ein Bild für die Kapelle? Wir können aber da nicht drüber reden. Können wir aber jetzt mit ihm hier an den Baum? Oh ja. Ganz schöne Klettertour. Da brennt es doch wieder. Nee, jetzt sag nicht die Dohle, ist der Feuer-Täu. Jetzt hört auf. Die Dohle, Feuervogel und Brandstifter. Wenn ich heil unten ankomme, kann ich darüber einen Vortrag halten. Jetzt muss ich erst einmal Feuerwehrmann spielen. Mist, ich komme mit der Hand nicht ran. Sag nicht die Dohle, hat zugehört, wie wir von diesem Glas erzählt haben, sich dann das Glas genommen. Die Dohle ist abgerichtet vielleicht? Was hat sie denn hier alles? Hat sie das vielleicht aus der Wohnung von Frau Süßholz? Kerzenstummel? Ja, eine Dohle und eine Elster haben sich da zusammengetan, glaube ich. Aber ja, wem erzählen wir das jetzt? Vincent Raven, mhm. Mhm. Ich würde es gleichzeitig geil und komplett bescheuert finden, wenn es am Ende die Dohle war. Ja, Dieter Dohlen kann es natürlich auch gewesen sein, ja. Einmal noch unterwegs. Ja, interessiert sich vielleicht irgendjemand auch von... Oh. Ich bin Tim. Das ist doch der Schicke. Ich habe Sie vor dem Haus gesehen, in dem Frau Süßholz wohnt. Wer sind Sie? Mich gibt es nicht mehr. Okay. Ach so, das war es schon. Ah, okay. Hm. Haben Sie die Sendung ganz schön heikel? Wer ist der Mann in der Zelle? Gibt es gar nicht. Aber er ist dem Phantombild der ganz schön heikel Redaktion wie aus dem Gesicht geschnitten. Jeder hat doch gar keinen Bart. Scharfes Teil. Wenn das erst einmal funktioniert. Phantombild erstellen, Knopf drücken... Scharfes Teil. ...und schon hat man Name und Adresse des Verdächtigen. Hey, will ich jetzt mal mit allen ansprechen? Ich bin Karl. Ich habe Sie vor dem Grundstück von Herrn Klingsporn gesehen. Kennen Sie Herrn Klingsporn? Der kennt sich selbst nicht mehr. Niemand kennt einen mehr. Ist jetzt nicht so ganz aufschlussreich mit dem. Wann kann ich mir die elektronische... Wieso haben Sie diesen Landstreicher verhaften lassen? Die Öffentlichkeit hat ihn als Feuerteufel sozusagen zum Abschluss freigegeben. Im Moment ist es für ihn besser hier sein. Leider ist er bislang nicht vernehmungsfähig. Ach so, ja. Das ist natürlich ein Grund. Also irgendeiner wird doch mal... Ich bin Willi. Wir sind uns vor der Kapelle und bei der Spukruine begegnen. Woher hat er ihn angeguckt? Erinnern Sie sich, kann ich Ihnen helfen? Warum haben Sie nicht auf mich gewartet? Lass mir meinen Frieden. Ist bei Ihnen wegen der Grippe das Krab? Kommt der Tippelbruder in der Zelle für Sie als Brandstifter in Frage? Der Tippelbruder. Das ist nicht auszuschließen. Wir kennen bislang weder seinen Namen, geschweige denn seine Vergangenheit. Ist nur, dass er ein Landstreicher ist und damit wurde er eingesperrt. Ich bin Gabi, das Mädchen mit dem Kocker Spanier, bei den Gartenlauben. Erkennen Sie mich wieder? Haben Sie auch eine Tochter? Urriskant. Geh, bitte, geh. Ei, ei, ei. Okay. Kann es sein, dass bei dir auch eine Erkältung im Anderen... Wie habt ihr den armen Mann da hinten gefunden? Der Tipp kam von diesem Herrn Klee. Der Gesuchte ist um die Spukruine herumgeschlichen. Wollen Sie sich wirklich an Herrn Klee rächen? Er hat einen Denkzettel verdient. Ich warte nur auf eine günstige Gelegenheit. Ja, hier gibt auch noch einiges abgezogen, die beiden. Für das Vogelhäuschen habe ich im Sommer einen ganz anderen Verwendungszweck. Aber den verrate ich nicht. Oh, hörst du die Dohle hinter uns? Lateinisch Carvus Monedula. Ihr, ihr, ihr! Ja, die könnten sich natürlich gegenseitig ausspionieren. Also, meint ihr, dass er da im Sommer dann eine Kamera drin hat? Oder wie? Nicht sein. Ach, Gabi! Meint ihr nur, Karl kann das erkennen? Wenn irgendwo auch bei irgendwo eine Kamera ist? Euer Nachbar, Herbert Achter, ist auf du und du mit unseren gefiederten Freunden. Wie macht zum Beispiel die Rabenkrähe? Lateinisch Corvus Corona Corona? Ne, das scheint jetzt nichts drin gewesen zu sein. Jetzt weiß mein Nachbar, woher der Wind weht. Könnte der denn, der beobachten? Fühlen Sie sich von Ihrem Nachbarn belästigt? Glauben Sie, dass jemand in der Spukruine gezündelt hat? Ach, Humbug, im Sommer kommt es mancherorts zur Selbstentzündung, wenn es lange nicht geregnet hat. Dann stellt die Polizei unbequeme Fragen, ob nicht etwa hauchende Göhren mit ihren Zigaretten verantwortlich zu machen wären. Ich gönne mir selbst ab und zu ein Pfeifchen. Sollte es mal bei mir oder meinem Nachbarn brellen, steht garantiert auch gleich wer auf der Mappe. Ja, das passt schon gut, dass sich der eine beobachtet hiermit. Warte, machen wir es mal hiermit. Ach so. Ach, der kann auch auf den Baum? Ach, dann verzichte ich eben auf die schöne Aussicht. Okay. Grüß dich, Karl. Haben Sie noch immer Angst vor dem Feuerteufel? Kann ich zu Willi? Du kennst ja den Weg. Eine Dohle ist für das Feuer in der Spukruine verantwortlich. Damit kann von einer Brandserie mit ein und demselben Täter keine Rede sein. Unser Feuerteufel vom Phantombild ist zwar etwas verdreht, aber ich glaube nicht, dass er für die Brände verantwortlich ist. Okay, also wir haben verschiedene quasi Brandherde, aber es sind nicht dieselben Personen, die da jeweils angezündet haben. Was tun, sprach Zeus? Ja, das ist eine gute Frage. Zwei Namen, drei Brände. Sieht man wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Katze. Mal wollen wir bei der Polizei gucken. Kann es sein, dass bei dir auch eine... Wie habt ihr den armen Mann da hinten... Hm, da muss man was kriegen. Wie habt ihr den armen Mann da hinten gefunden? Der Tipp kam von diesem Herrn Klee. Der Gesuchte ist um die Spukruine herumgeschlichen. Ja, mit Klee müssten wir auch mal reden. Hier über den hier. Erkennen Sie mich wieder? Haben Sie auch eine Tochter? Erkennen Sie mich wieder? Ines? Nein, wie auch. Wie ist das? So, mit dem Herrn Klee brauchen wir jetzt. Der war der andere. So oft dahin, bis der da ist? Oh ja. Wie hat denn der Brandstifter hier Feuer legen können? Wissen Sie, dass wegen Ihnen ein Unschuldiger verhaftet wurde? Ist ihm, glaube ich, egal. Dieser Typ ist ein Brandstifter. Das werdet ihr ja wohl herausgefunden haben. Ich habe meine Pflicht erfüllt und bin endlich zu höheren Berufen. Ha 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 ha. Zwei wichtige Gründe bringen unsere TKKG-Freunde in der Villa Sauerlich zusammen. Erstens hat sich Willi eine Verschnaufpause verdient. Und zweitens wird es für die Detektive Zeit, über weitere Schritte nachzudenken. Dieser Günther Klee ist skrupellos. Sophie steht fest. Seinetwegen sitzt der arme Mann im Gefängnis. Gucken die da, äh, Didi oder was? Wir wissen definitiv, dass die untersuchten Brände nicht zusammengehören. In der Ruine war die Dohle schuld. Bei Frau Süßholz eine vergessene Kerze. Und bei Herrn Klingsporn einfallendes Licht. Mensch Klößchen, leidet dein Konzentrationsvermögen, weil die Flimmerkiste läuft? Kerze und Linse waren arrangiert. Offensichtlich hat Franz Höllwart von der Feuerwehr das vertuschen wollen. Das stimmt. Aber warum eigentlich? Es sieht doch so aus. Sowohl Klingsporn als auch Süßholz haben die eigene Bleibe in Flammen aufgehen lassen. Beide haben wir nicht angetroffen. Bei beiden war Höllwart zur Stelle. Das gleiche Muster. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Seht mal. Oh, Heike. Ui. hat sich der Verdächtige zur jeweils fraglichen Stunde nachweislich in einem uns bekannten Obdachlosenheim aufgehalten. Unsere Redaktion meint allerdings, damit ist die Vermutung Brandstiftung nicht vom Tisch. Was ist, wenn unser Verdächtiger sich an Günther Klee gerecht hat? Die Brandkommission wurde angewiesen, eine weitere Begehung der Unglücksstellen vorzunehmen. Ihre Frage, ob der Freigelassene der Verursacher eines Brandes in der Kleingartenkolonie sei, muss ich verneinen. Er hat das beste Alibi der Welt. Er saß zur in Frage kommenden Zeit beim Verhör im Kommissariat. Wenn er es nicht war, wer dann? Bis gleich nach der Werbung. Wir haben ein Interview mit einer Dohla aufgezeichnet. Schnipfe. Wie gehen wir jetzt vor? Schnipfe. Wir müssen klären, was mit Klee passiert ist und ob Höllwart wieder Beweise verschwinden lässt. Ganz schön heikel. Okay, also er. Willi muss jetzt hier. Was für ein Unglück. Ein Unheil sondergleichen. Das ist der Herr Klee. Also so traurig ist er doch aber auch nicht, oder? Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist Herr Klee alleinstehend? Genau wie ich. Uns verbindet eine Art Hassliebe. In letzter Zeit hat sich Klee rar gemacht. So als hätte er Umgang mit neuen Freunden und nun seine eigentliche Bestimmung entdeckt. Der ist doch auch irgendwie in so einem komischen Club. Wovon die da die ganze Zeit reden mit irgendwelchen Abtrünnigen und Leuten, die aufsteigen. Huh! Was? Was sehe ich hier? Ist das ein Spiegel? Nee. Doch. Ist das ein Spiegel? Ich kann auch nicht darüber sprechen oder irgendwas klicken, oder wie? Sieh's einfach nur. Okay. Alles klar. Dann, ähm... Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ein Spiegel. Ich kümmere mich darum. Hallo, Willi! Du siehst recht munter aus. Tja, das macht die gute Milch in der Sauerlich-Schokolade. Gibt es ein neues Phantombild? Wo könnten sich Frau Süßholz, Herr Klingsporn und Herr Klee aufhalten? Ja, das machen wir doch. Die Brandopfer? Das wird sich gewiss noch klären. Die Ärmsten wissen noch gar nichts von ihrem Schicksal. Ein wenig stutzig macht mich das schon. Also diese Polizei ist das so unfälligste, was ich hier schon lang gesehen habe. In jeder Folge. Oh, was war das denn? Das war sein Magen. Meine Güte. Aha, das Jahr, in dem dieses Haus gebaut oder eingeweiht wurde. Ich dachte, hier ist er wieder ein Berliner Löwe unterwegs. CMB. Wann war das mit den Eltern? War das nicht auch so um den Dreh? Kaspar, Melchior, Balthasar. Aber wie heißen denn nochmal die... Das war doch auch bei diesen Abtrünnigen da... Der hatte doch so ein Ding davon. Sieht aus wie Feuer mit einem Vogel. Jetzt sag nicht, dass das alles... Ich bin zu Höheren bestimmt, dass der Pfarrer da irgendeine komische kleine Feuersekte gegründet hat oder was weiß ich. Das hört sich alles... Also warum der Pfarrer überhaupt dabei ist, ist bisher schon weird. Das könnte schon... Könnte schon irgendwie sein. Hallo, dicker, fetter Bär. Okay. Hallo, kleines, garstiges Mädchen. Ja. Verrätst du dem dicken, fetten Bären was vom abgebrannten Haus? Kennst du die berühmte Sauerlich-Schokolade? Ich habe mal reingeguckt, was der Spinner macht. Er hat sich verkleidet. Er sah aus wie ein Mönch oder so. Oh ja, das kann schon sein. Er stand vor einem Spiegel und hat immer das Gleiche zu sich gesagt. Oh, das deutet auf irgend so was Sektenartiges hin. Oh mein Lieber, wo ist denn das Bild vom Feuervogel hin? Was könnte dahinter stecken, wenn Menschen alle Kontakte abbrechen? Wissen Sie, was die Buchstaben CMB an Häusern bedeuten? Jetzt kommt das mit Kaspar. Oh, was habe ich das am Spielplatz übersehen? Kennst du die berühmte Sauerlich-Schokolade? Schokolade macht sowas von fett. Was ist das auf der Schlange? Was denn für eine Schlange? Was? Ja, auch das Kind ist unser. Also die NPCs sind schon echt die rote Holzschlange. Aber das Kind kann ich nicht anklicken. Was ist der Sitz oder was auch immer? Vielleicht erst später. Was könnte dahinter stecken, wenn Menschen alle Kontakte abbrechen? Der Wunsch, anders zu sein, neues Leben zu beginnen oder eine Krise zu meistern. Schlimm ist nur, wenn eine Vereinigung dahinter steckt, die solche Leute anwirbt und zwingt, alles aufzugeben, was der Vereinigung nicht dienlich ist. Es könnte aber auch sein, dass er einfach nur so als Hinweisgeber, um so sektenartige Sachen zu erklären, dass er deshalb dabei ist, um sowas aufzuklären, aber selber nicht involviert ist in so einem Ding. Das könnte auch sein, dass diese drei Leute quasi ihre eigene kleine Sekte gegründet haben. Gibt es so etwas wie einen Feuerkult? Auf der ganzen Welt wird Feuer als göttliche Macht verehrt. Es spendet Wärme, Licht und Leben, kann aber auch für Zerstörung und das Böse stehen. So oder so wird ihnen eine reinigende Wirkung nachgesagt. Ich glaube, bei einer Sekte bist du gezwungen, deine ganzen Sachen abzugeben. Und bei einer Kirche ist es ja mehr oder weniger, na gut, Kirchensteuer. Was halten Sie von Autoren, die Kitschromane schreiben? Ist das neue Bild bald fertig? Wer ohne jede Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es würde mich wundern, wenn der mit drinsteckt. Ich glaube, der soll eher den Kindern, die das Spiel spielen, erklären, was da so die Unterschiede sind. So. Danke, das wollte ich hören. Hallo, Tim. Hallo, Herr Glockner. Haben sich sehr viele krank gemeldet? Hat ein Nachbarschaftsstreit zum Brand in der Laubenkolonie geführt? Komm mir bloß nicht mit Halbwahrheiten wie das Fernsehen. Ein Wunder, dass Heike Le dich nicht gleich mit dem Finger auf einen Achter gezeigt hat, wo er doch mit seinem Nachbarn im Klinschlag lag. Liebling, bei mir wird es wieder reichlich spät. Hallo, Tochter. Gerade telefoniere ich mit deiner Mutter. Einen schönen Gruß anhandeln. Eine andere Antwort wäre jetzt schlecht gewesen. Gibst du jetzt Daten ein? Ach, du hast meine Medikamente auf dem anderen Schreibtisch entdeckt. Euch Detektiven entgeht wirklich nichts. Dann wisst ihr ja auch, wie wichtig es ist, immer am Ball zu bleiben. Ein andermal, Tochter. Ich möchte nicht, dass mir da was durcheinander kommt. Tja, wo können die sein? Einen schönen Tag, Frau Pantl. Ja, ja, auch einen schönen Tag. Ist Frau Süßholz vermögend? Sie muss ein Schweinegeld haben. Sie hat sich einen Anlageberater zugelegt, sagt sie. Dass ich nicht lache. Wenn sie von seinen Komplimenten schwärmt, weiß man gleich, dass er die Dumme ganz bloß ausnutzt. Hm. Tut mir leid, aber Hunde sind in unserem Haus unerwünscht. Ich kann nicht dauernd eine Ausnahme machen. Ja, Versicherungsbetrug. Könnte auch eine Mischung sein. Das ist ein komisches Feuerkult und Versicherungsbetrug. Tag, Frau Pantl. Tag. Das jetzt auch alle wissen, wie das für die heißt. War noch mal jemand wegen des Brandes da? Ja, jetzt haben sie alles ordentlich versiegelt, wie es sich gehört. Oh. Mal gucken, mal gucken, Nein, 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 nein. Zwei Arten von Halbwüchsigen kann ich auf die Dauer nicht ab. Die Graffiti, Sprayer und Schleckermäulchen mit Krabbelfingern. Alter, okay, also jetzt darf man mit Hund nicht mehr hin, man darf nicht hin, wenn man Schleckermäulchen ist. Guten Tag, Frau Pantl. Ah, der gründliche Detektiv. Ja, er vielleicht. Geht das hässliche Graffiti im Treppenflur nicht ab? Ja, da können wir jetzt mal Pluspunkte sammeln. Ich habe mich aufklären lassen. Es ist in Wahrheit ein Gaunerzinken, also eine Art Service der Unterwelt zur Pflege der Ganoven-Ehre. Oh, Schreck, inzwischen weiß ich, was es bedeutet, nämlich, seid gewarnt vor groben und freundlichen Leuten. Keins meiner Schilder könnte von größerem Nutzen sein. Okay, kann ich hier noch ausklicken? Nein? Komm, werf ich rein? Nein, auch keine Krühen schlagen. Was kann ein Bücherwurm wie du schon anrichten? Okay, wusste ich doch. Kleidersammlung für Hilfsbedürftige am 2. Mai. Stellen Sie Wäsche und Schuhe, die Sie nicht mehr benötigen, bitte verpackt und gut ersichtlich an den Straßenrand. Wir holen kostenlos ab. Sollten wir etwas übersehen, ein Anruf genügt. Aktion Kleiderleider. Nichts. Logo. Ups. Aha. Was hat das hier zu suchen? Marlene Süßholz, du bist doch verdächtig. Aha. Oh so. Die hat doch geraspelt. Oh ja. Die hat ja ganz schön funken. Geraspelt. Gucken, ob Tim da reinkommt. Hallo, Frau Pantl. Hallo, Kleiner. Hallo? Oh, ich sehe Farben. Uuuh, lass mich in die Wohnung rein. Aber sie geht immer zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie unter ihresgleichen sein kann. Nix da. Das ist kein Tollhaus. Hä? Ein Tollhaus. Freundchen. Tag auch. Freundchen. Was sagt denn ihre Freundin zu ihrem Beruf? Wurden sie schon einmal für eine Rettung ausgezeichnet? Nein. Ich bin vom Beruf. Ein Tattoo am Arm. Das ist doch der Feuervogel schon wieder. Ich sehe es doch. Ich gehe jetzt mit allen Leuten zu dem. Irgendeiner wird nach... Hallo, Herr Höllwart. Hallo, mein Junge. Wozu hatte Klingsporn so viel Styropor? Was meinen Experten mit dem Begriff Flash-Over? Ach, das stand auch in dem Buch, ne? Das ist Fachjargon. Er bedeutet Funkenüberschlag. Damit ist eine verheerende Feuerwand gemeint, die sich wie eine Druckwelle ihren Weg behandt. Zum Beispiel im Tunnel. Haben wir doch am Anfang als Gag gesagt, dass der so begeistert vom Feuer spricht und jetzt ist er tatsächlich in dieser Feuergilde da drin. Hi. Hey. Sind Ihre Eltern nicht sehr stolz auf Sie? Oh, machen wir den? Wollten Sie von Anfang an Feuerwehrmann werden? Komm, den machen wir mal. Mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. Sind Ihre Eltern nicht sehr stolz auf Sie? Das wären Sie gewiss. Leider sind Sie vor einigen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Okay, er sagt die Wahrheit. Na klar ist er das, ne? Also, er hat ein Tattoo. Also, was sonst? Ich suche den Tattooierten. Kann ich jetzt mal bitte auf das zu tun zu sprechen kommen? Besitzen Sie ein Haustier? Hat Ihr Beruf auch romantische Seiten? Durchaus, wenn ich ein hübsches Mädel die Feuerleiter hinunter trage. Ähm, warte mal, ich möchte noch mal ein bisschen mehr mit ihm reden, glaube ich. Wurden Sie schon einmal für eine Rettung ausgezeichnet? Was sagt denn Ihre Freundin zu Ihrem Beruf? Ja, das würde ich jetzt auch mal gern wissen. Ich habe zurzeit nichts am Laufen. Er will sich schon an einen Kerl gewöhnen, der so gut wie nie zu Hause ist. Okay, also irgendwas denkt er sich aber auch hier aus. Der hat doch am Anfang... Warum erzählt der Gabi das denn dann? Ja, okay, der ist unser Hauptverdächtiger, glaube ich. Was meinen Experten mit dem Begriff Wozu hatte Klingensparn so viel Styropor? Er hat seine kunstvollen Basteleien darin aufbewahrt, damit sie nicht beschädigt werden. Ich denke mir zumindest. Mhm. Okay, das ist unser Hauptverdächtiger Nummer eins, sag ich euch aber. Wollten Sie von Anfang an Feuerwehrmann werden? Entweder das oder Zauberer. Ich träumte davon, mich in einen Feuerreiter zu verwandeln, wie in den Sagen. Ich würde herangaloppieren, wo immer es brennt, das Feuer umreiten und die Flammen mit meinen magischen Formeln bannen. Was für eine Macht. Ich gehe dann mal wieder. Besitzen Sie ein Haustier? Eine Katze. Sie ist wahnsinnig eifersüchtig und findet heraus, wenn ich beim Einsatz einen Artgenossen von Baumgauern habe. Moment, es ist die, die wir immer durch den... Warte mal. Wohnt ihr hier? Da steht aber nirgendwo ein Schild oder so. Na, schade. Ich dachte, das wäre jetzt der nächste Tipp. Wo haben Sie denn das fertige Bild gelassen? Verkauft. An eine reiche Person in einer noblen Karosse. Sie hat ihren Chauffeur beauftragt, mich nach dem Preis zu fragen, um unerkannt zu bleiben. Ein Triumph für die Gemeindekasse. Wer auch immer da hinten im Wagen saß, hat einen Riecher für Kunst. In diesem Falle eine feine, schmale Nase. Haben Sie wohl gehört? Wo sind Sie jetzt abgeblieben? Sie machen Dohlen und Feuer. Ja, ja, ja. Kann schon sein, dass die in diesem riesigen Haus wohnt. Oskar, aus! Wer spürt, was sich hier zugetragen hat? Wo steckt Ihr Nachbar? Haben Sie sich auf diese Weise an Ihrem Nachbarn gerecht? Wo steckt Ihr? Das weiß niemand. Ich wünschte, er würde sich melden, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ja, kann schon sein, dass diese Lümmel da alle in diesem großen Haus sind. Ist man bei der Serie von Bränden zu neuen Erkenntnissen gekommen? Gibst du jetzt Daten ein? Ist man bei der Serie von Bränden zu neuen Erkenntnissen gekommen? Noch laufen Untersuchungen. Ich habe veranlasst, dass die Brandorte besser abgesichert werden. Ich rechne ehrlich gesagt mit keinen weiteren Resultaten. Ja, wo stecken die denn alle? Vorher hat man hier und da ja noch mal diesen verrückten gesehen. So, Willi. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Du hast recht, Klößchen. Fragen wir nach. Ja, wir müssen, also wenn wir die hätten, dann könnten wir ja nachfragen. Aber wo sind die alle? Auf das Tattoo könnten wir auch nicht ansprechen. Hä? Den Armen Würde geben. Zu einem feierlichen Spruch denken sich nur satte Bäuche aus. Das, also ich hätte gerne so eine Anzeige, wenn irgendwo ein neuer Ort auftaucht, dass das mal kurz markiert würde, dass ich nicht immer komplett verwirrt bin. Wegen Umzugsarbeiten geschlossen. Ja, vielleicht noch mal mit mehreren Leuten hin. Das Obdachlosenheim. Ist das unser Mann? Nein, ausgeschlossen. Okay, wir können sowieso in die Krachenfahrer. Im Winter sind Obdachlose am schlimmsten dran. Gut, dass die Frostnächte vorüber sind. Umräumen arbeiten. Mit dem kann ich auch nicht reden. Schon nicht warten. Irgendwann wacht der auf. Okay, da checke ich jetzt noch mal kurz, ob jetzt hier noch irgendein anderer Ort aufgetaucht ist. Klingsporn muss ein besessener Tüftler sein, wenn er als Brandstifter in eigener Sache so umständlich vorgeht. Stand mir eben schon mehrere Säcke. Ein Fressen für neugierige Kinder. Was ist denn das hier? Ja, nichts nehmen, offenbar. Was? Uh, der Stoff. Was für ein Stoff? Ja, auf die Schlange. Ja. Wendet ihr, sollen wir mal hier gucken auf den Spielplatz? Ihhh, aus dem Zusk wieder eine Brillenschlange entkommen. Na, bestens. Ganz schüttrig. Gefällt dir meine Brille nicht? Doch, die macht dir ganz runde Augen. Ich habe hier in einem Auto einen Gespenst gesehen. Das hatte ganz schmale Augen. Vielleicht sollte es eine Brille tragen, damit es lustige, coole Augen kriegt wie du. Also, ihr meint, hier hinten liegt auch so ein Stoff, Aber ich kann es nicht nehmen. Das ist schon aber auffällig. Hier nochmal irgendwas. Hm. Warum bricht Klingsporn auf diese Weise alle Brücken hinter sich ab? Nee, ihr könnt ja nicht mehr rein, oder? Sieht aus, als hätte hier jemand herumgestöbert. Hm. Ich würde gerne mal noch von dem Polizist wissen, wo denn der jetzt hingegangen ist. Aber er sagt es halt nicht. Entschuldige, Tim, aber mir wäre lieber, du rührst davor erst nichts an. Hat ein Nachbarschaftsstreit zum Branden haben sich sehr viele krank gemeldet? Der Krankenstand war bis vor kurzem enorm. Mittlerweile ist er rückläufig, sodass sich die Anforderungen an den Einzelnen normalisieren. Wie frage, mit wem frage ich denn mal, wo hier unser Tiplar-Hinnest gibst du jetzt Daten ein? Wo könnten sich Frau Süßholz, Herr Klingsporn und Herr Klee aufhalten? Gibt es ein neues Phantombild? Wozu? Wir machen so was nicht zum Spaß. Indulnest. Da haben wir doch schon geguckt. Ja, ich bringe sie ins Archiv zurück, sobald die Eingabe in dem Computer erfolgte. Hallo, Karl. Es ist mal wieder sehr ungünstig. Ich will nicht lange stören. Funktioniert die Datenbankanbindung inzwischen? Wer ist denn nun der verwirrte Mann, den Sie gleich wieder freigelassen haben? Tut mir leid. Was diesen Mann betrifft, gibt es nach meinem unrühmlichen TV-Auftritt eine Nachrichtensperre. Anordnung von oben. Die andere Frage würde ich mir auch noch gerne stellen. Funktioniert die Datenbankanbindung inzwischen? Ja, aber wir haben noch nicht sämtliche Straftäter eingegeben. Meinetwegen kannst du einen Blick darauf werfen. So. Zack. Sieh an, sieh an, der mysteriöse Fremde. Na dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Äh. Psch. Oh nein. Der ist doch voll auch raus hier. Okay, wir gucken ja noch mal hier oben bei der neuen Location. Nee. Irgendwann wacht der doch bestimmt mal auf. Äh. So, ich glaube, wir können gar nicht mit der Spukruine, so wie ich das gesehen habe. Du meine Güte. Ja, du meine Güte. War Herr Klee in seiner Laube, als es brannte? Nein, aber ich habe ihn unmittelbar vor dem Brand weggehen sehen. Wir konnten auch nur einmal uns diesen Arschzwerg angucken und dann nie mehr. Das war irgendwie verwirrend. Warum sind wir jetzt weiß? Ja gut, er isst Schokolade vielleicht deshalb. Mit Willi. Äh. Und Sie haben Herrn Klee als letzter gesehen? Ja. Aber das habe ich doch schon alles der Polizei erzählt. Sieh mal einer an. Was? Ach, da könnte gefährlich werden, wenn er mehr auf die Schliche kommt. Aha. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist Herr Klee alleinstehend? Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich sehe, Herr, mit dem Weißen hier nur. Ich habe mich gewundert, dass Klee vor der Kolonie in einer Limousine stieg. Ihm wurde die Tür aufgehalten, jemand im Wagen legte ihm zu. Ich sehe das normale Gesicht noch vor mir. Ja, ja. Das sind der Feuerwehrmann. Der Fähne tun einen vollen, gepflegten Oberlippenbaden. Seit wann kennt Klee reiche Leute, dachte ich. Süßholz, Klee und der Feuerwehrmann. Das ist der Light Mode hier, wirklich. Den wir hier plötzlich haben. So, wo sind die hingefahren? Die sind doch... Ich habe immer das Gefühl, ich gucke jetzt gleich hier durch zu diesem großen Haus und dann steht da irgendwas. dass die dann hier irgendwo vorfahren oder so. Vielleicht war es auch der Gartenzwerg, ja. Ja, dieser Verwirrte war im Obdachlosen. Schon schlimm, wie es manchen Leuten ergeht. Heute noch in Lohn und Brot und morgen schon ein armer Tippelbruder ohne Hab und Gut. Tippelbruder ist auch so ein gutes Wort. Wie kommt das denn da? Äh. Feuerzeug habe ich aufgesammelt gerade, ja. Aber zeigen wir das irgendjemandem? Das Ding? Das Gefühl der Polizei kann man irgendwie, also... Wo könnten sich Frau Süßholz, Herr Kling, gibt es ein neues Phantombild? Wozu? Wir machen sowas nicht zum Spaß. Ja. 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 Aber kann ich denn noch mal in das Zimmer gehen von dir? und da irgendwie... Hallo, Willi. Ja, Berte lässt nichts anbrennen. Das haben wir schon mitbekommen. Sind meine Eltern schon da? Da ist ein Päckchen gekommen. Oh. Entschuldige, dass ich es schon aufgemacht habe. Aber ich dachte erst, es sei für mich. Es liegt auf der Anrichte. Es wird Zeit, dass meine Eltern zurückkommen. Also da hätte Berte aber wirklich besser aufpassen können. Oder wollte sie etwa ihre Neugier stillen? Viel Spaß mit unserem Werbegag. Mit unserem Werbegag auf der Schokolazia. Eine Tafelschokolade? Mensch, nein! Das ist ein Notebook! Damit können wir besonders wichtige Aussagen unserer Zeugen festhalten. Cool! Okay, Willi, ihr habt einen Schokoladen-Laptop. Das ist tatsächlich cool. Werbegag, wir haben Schokolade verschenkt. Da haben die Leute gelacht. Okay. Okay, okay, okay. Wen haben wir denn unsere Zeugen? Was ist denn mit dem hier? Sagten Sie Limousine? Jedenfalls ein Wagen, wie in die oberen 10.000 fahren. Und das kann ich jetzt aufzeichnen? Ja. Könnte denn auch mit der Waffe bedrohen? Nee, komm nicht. Bitte nochmal. Wie sah das fremde Gesicht in der Limousine aus? Länglich, oval. Mit einem vollen, gepflegten Oberlippenbart. Okay. Selbstverständlich hat Willi sich das jetzt mit seinem Snacktop aufgeschrieben. Ist ja auch kein Problem, sich Sachen zu notieren in seinem Snacktop. Achter. Klee stieg zu ovalem Gesicht mit vollem gepflegten Oberlippenbart in Limousine. Okay. Alles klar. Jetzt gehen wir alle Leute nochmal durch und sammeln diese Beweismittel ein. Das Grafikdingchen ist nicht so ganz wegzukriegen. Aber offenbar kann auch nur Willi den Laptop da benutzen. haben wir hier nicht. So. Upsala. Können wir auch die können wir dieses Mädchen befragen? Da ist es ja schon wieder das freche Ding. Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild gesagt? Kennst du die berühmte Sauerlich-Schokolade? Was hat der? Auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Hm. Nee, offenbar können wir keine Zeugenaussagen von Minderjährigen aufnehmen. Wer hätte es gedacht? Äh... Was ist denn mit dem Kollegen? Der pennt immer noch. So, aber hier. Was ist Frau Süßholz für ein Mensch? Zack. Ein zartes Seelchen. Immer zerstreut. Sehr gewissenhaft. Sie würde beruflich nie die Hand beißen, die sie füttert, wie man so schön sagt. What? Das konnte ich jetzt nicht aufnehmen? Okay. 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 Nein, 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 nein. Zwei Arten von Halbwüchsigen kann ich auf die Dauer nicht ab. Die Graffiti-Sprayer und Schleckermäulchen mit Krabbelfingern. Habe ich das Falsche geklickt? Das ist doch auch auf jeden Fall eine Zeuge. Erzählt mir doch nichts. Ach man. Na gut. Hoffenbar nicht. Was könnte dahinter stecken, wenn Menschen alle Kontakte abbrechen? Wissen Sie, was die Buchstaben CMB an Häusern bedeuten? Was könnte... Der Wunsch, anders zu sein, neues Leben zu beginnen oder eine Krise zu meistern. Schlimm ist nur, wenn eine Vereinigung dahinter steckt, die solche Leute anwirbt und zwingt, alles aufzugeben, was der Vereinigung nicht dienlich ist. Hä? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. War noch mal jemand wegen des Brandes da? Das noch mal? Ja, jetzt haben sie alles ordentlich versiegelt, wie es sich gehört. Jetzt sagt bloß, jemand anders kann auch diesen Laptop benutzen. Wir können doch nicht nur eine zeugen oder müssen wir immer den? Sagen Sie Limousine? Ist Herr Klee alleinstehend? Genau wie ich. Uns verbindet eine Art Hassliebe. Ich versuch gleich mal noch mit jemand anderem. In letzter Zeit hat sich Klee rar gemacht. So als hätte er Umgang mit neuen Freunden und nun seine eigentliche Bestimmung entdeckt. Das ist aber doch Notierungs... Ja, können Sie das noch mal sagen? Bitte noch mal. Wie sah das fremde Gesicht in der Limousine aus? Nein! Länglich? Oval. Mit einem faulen, gepflegten Oberlippenbad. Okay, man kriegt nur eine Aussage von jeder Person. Ist klar. Ähm... Ich versuch's jetzt einfach mit Karl. Gibt es so etwas wie einen Feuerkult? Was unterscheidet eigentlich eine Kirche von einer Sekte? Aber ich glaube, wir brauchen Aussagen zu den... Also wie die Personen aussahen, ne? Was halten Sie von Autoren, die Kitschromane schreiben? Ist das neue Bild bald fertig? Oh, Leute! Ich möchte gerne... Der hat doch... Bei einer Person hat er doch gesagt, ich habe jemanden auch in der Limousine gesehen, war das hier. Haben Sie wenigstens den Chauffeur erkannt? So. Ein Mensch in Livree eben. Ah, ich... Ich war viel zu aufgeregt, um auf weitere Details zu achten. Ah. Aha. Beschreiben Sie bitte noch einmal die Nase des Käufers? Aber gern. Die Nase war fein und schmal. Also. In Limousine. Gesicht... Oval. Oberlippenbart. Da müssen wir doch gleich auf der Palizeiwache so ein Bild anfertigen, oder? Bild ging an Personen mit feiner, schmaler Nase. Okay. Alles klar. Kann man denn jetzt auch... Also könnte ich jetzt mit einer anderen Person auch noch mal zu dem Fahrer und dann noch mal was anderes? Oder ist quasi der Fahrer jetzt ausgeschöpft? Dann würde ich nämlich... Ah, warte mal. Nee, 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 nee. Der hat... Also die hier hat ein gutes Verhältnis zu Tim gehabt. Dann frage ich mal lieber hier mit ihm. Eieiei, Drogentrip wieder. Was würden Sie tun, wenn es in Ihrer Wohnung brennt? Hat Frau Süßholz Verwandte oder Freunde? Nein, niemanden. Aber sie geht immer zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie unter ihresgleichen sein kann. Ach, shit. Hatte die nie... Ich dachte, die hätte da schon mal ein bisschen mehr ihm erzählt. Geht das hässliche Graffiti im Treppenflur nicht ab? Ist Frau Süßholz wieder aufgetaucht? Nein, aber irgendein Lektor hat nach ihr gefragt. Ihr Verlag will das neueste Manuskript. Ich habe das Gefühl, da können Sie lange warten. Hm, das kenne ich mit Gabi. Ist Frau Süßholz vermögend? Ist Ihnen hier ein Verdächtiger aufgefallen? Na, das vielleicht. Tja, da war zunächst der verwirrte Mann aus den Nachrichten. Oh. Ach ja, und heute fuhr ein Luxusschlitten vor. Das Autofenster sohrte ein Stück runter und dann gleich wieder rauf. Und der Wagen fuhr weiter. Wie sah die Nase aus? Da waren die Scheiben getönt, aber ich konnte einen Schädel mit sehr wenigen blonden Haaren ausmachen. Aufschreiben. Können Sie noch einmal die Person in dem Luxusauto beschreiben? Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen. An einen Schädel mit blonden Haaren an den Seiten kann ich mich noch erinnern. Die Sohn im Auto hatte wenige blonde Haare an den Seiten. Schreiben die jetzt gerade Das sind jetzt zwei Personen, die die beschreiben, oder? Oder soll es alles eine sein? Wahrscheinlich eine, ne? Sonst ist es zu schwierig. Ja, das wird zu schwierig sein, wenn es mehrere sind. Es muss eine sein. Okay, so. Ich gucke mal, ob der jetzt noch mehr sagt zur anderen Person. Wo steckt Ihr Nachbar? Haben Sie sich auf diese Weise an Ihrem Nachbarn gerecht? Eieiei. Jetzt wieder auf Konfrontationskurs, unsere Gabi. War Herr Klee in seiner Laube, als es brannte? Wie ist der Brand entstanden? Nein, aber ich habe ihn unmittelbar vor dem Brand weggehen sehen. Na gut, das war jetzt nichts zur Milusine. Milusine! Tausdrüb. Oh. Hat Ihre Laube etwas abbekommen? Meinen Sie, dass das Absicht war? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ehrlich? Hm, also scheint es schwierig... Warte mal. Abknallen! Ja, das kann schon sein, wenn dieser Klee auch in dieser komischen Feuersekte ist. Vielleicht haben die da so ein Ritual, wo man eine Sache abbrennen muss oder da, wo man wohnt oder sein Zuhause abbrennen oder... Keine Ahnung. Das einzige Feuerzeug in der Stadt hat tatsächlich dieser Mann, ja. Äh, aber wahrscheinlich können wir den Vater... Haben sich sehr viele krank gemeldet? Gab es bereits früher Brände, bei denen die Opfer verschwunden sind? Ist der ein Zeuge? Weiß nicht. Der wird wahrscheinlich gar nicht mehr aufwachen hier, oder? Pennt schon die ganze Zeit. Vermutlich ist es kein Zeuge. So, wen haben wir noch? Hallo Tim! Ist Willi da? Verfügt die Villa über Feuerlöscher? Ist... Ist Willi... Aber ja. Du kannst gleich zu ihm. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Stimmt, Klößchen. Sie alle müssen etwas gemeinsam haben. Ja, die müssen alle in dieser komischen Vereinigung sein, nenne ich es jetzt mal. Ob es eine Sekte ist, das klingt so, aber man weiß es nicht. Ähm... Ja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr aus diesem Pfarrer raus. Was halten Sie von Autoren, die Kitsch-Romane schreiben? Wer ohne jede Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Okay. Ähm... Komm, noch was. Was halten Sie von Autoren... Ist das neue Bild bald fertig? Ha? Spätestens zum Kirchenbazar. Ich bin guter Dinge, dass es einen betuchten Käufer anspricht. Nur eine Nase zu sehen, ist auch sehr komisch. Das stimmt. Nee. Mit Tim ist hier nix. Was unterscheidet eigentlich eine Kirche von einer Sekte? Gibt es so etwas wie einen Feuerkult? Okay, alles nicht in Personenrichtung. als göttliche Macht verehrt. Es spendet Wärme, Licht und Leben, kann aber auch für Zerstörung und das Böse stehen. Hm. So oder so wird Ihnen eine reinigende Wirkung nachgesagt. Nee, das sind alles keine Aussagen zu Personen. kurz mit Gabi noch mal. Haben Sie wenigstens den Chauffeur erkannt? Ein Mensch in Livree eben? Ach, ich... Ich war viel zu aufgeregt, um auf weitere Details zu achten. Ach so, das hatten er schon. Oder? Hatten es nicht. Beschreiben Sie bitte noch einmal die Nase des Käufers? Doch. Doch, sag mal. Die Nase war fein und schmal. Ähm... Hm. Ach da, Titian, Pantel. Wahrscheinlich fehlt noch was, ne? Reichen drei Leute schon? Nee, ne? Aber Beata ist... Beata ist doch keine Zeugin. Hallo Gabi. Sind Sie mit dem Frühjahrsputz fertig? Kann ich Willi stören? Nee, das sind keine Fragen, die zu irgendwelchen Zeugenaussagen führen. Und mein Vater fragen. Du hast meine Medikamente auf dem anderen Schreibtisch entdeckt. Euch Detektiven entgeht wirklich nichts. Dann wisst ihr ja auch, wie wichtig es ist, immer am Ball zu bleiben. Das Mädchen hatte noch etwas über Augen erzählt. Aber wem? Wem hast du das erzählt mit den Augen? Gabi? Okay, ich guck noch mal. ein eigenes Zuhause abfackeln. Kaum zu glauben, dass ich mal so klein war wie du. Da hängt es wieder. Kaum zu glauben, dass ich mal so blond bin wie du. Was? Kaum zu glauben, dass ich mal so groß und hässlich bin wie du. Wie war der Mann aus dem abgebrannten Haus denn so? Möchtest du Oskar mal streicheln? Wie war der... Erst hat Papa gemeint, das ist ein Doofkopf. Dann hat er gesagt, das ist ein Glück, weil er ganz viel Geld von der Versicherung kriegt, um ein viel schöneres Haus zu bauen. Ich kann hier ja gar nicht quasi den Laptop auswählen. Irgendwie. Deswegen glaube ich, dass man von den Kindern hier keine Aussagen aufnehmen kann, oder? Liederfetzen kann ich auch nicht nehmen. Hm. Wer hat man denn noch? Ja, vielleicht war es auch das Mädchen am Endeffekt. Man weiß es nicht. Wenn man Matthias gesehen hat, hat man viele Erwartungen an kleine Mädchen. So. Ist Frau Süßholz vermögend? Wie sah denn das Luxusauto aus? Hat man das? Nach Reichtum halt. Ich kenne mich mit Vehikeln in gehobenen Preisklassen nicht besonders gut aus. Das hat man auch nicht, oder? Können Sie noch einmal die Person in dem Luxusauto beschreiben? Oder doch? Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen. An einen Schädel mit blonden Haaren an den Seiten kann ich mich noch erinnern. Ich vergesse mal, mit welcher Person wir schon da waren. Ja, Karl hatten wir noch nicht. Geht das hässliche Graffiti im Treppenflur nicht ab? Ich habe mich aufklären lassen. Es ist in Wahrheit ein Gaunerzinken. Also eine Art Service der Unterwelt zur Pflege der Ganoven-Ehre. Oh, Schreck. Inzwischen weiß ich, was es bedeutet. Nämlich seid gewarnt vor groben unfreundlichen Leuten. Keins meiner Schilder könnte von größerem Nutzen sein. Mit Karl noch mal zum Mädchen. Jetzt komm, jetzt können wir doch mal eine Aufsitze kriegen. Jetzt komm. Bleibst du auch brav vom abgebrannten Haus fern? Weißt du, wo der Mann aus dem abgebrannten Haus geblieben ist? Nö, nicht mehr mein Papa. Und der weiß sonst alles. Wer ist denn das? Sie erzählt sehr viel von... Oh. Was? Ähm, okay. Also langsam habe ich das Gefühl, das Mädchen ist es. Nee, komm auch nicht neben mir mit, Karl. So. Reicht das aber jetzt schon? In vier Aussagen. Reicht das schon? Die alte Sarah. Ja, vielleicht ist ein Dämon von den Kindergestalt. Man muss vorsichtig sein heutzutage. Hm. Da hat es noch viel Platz auf dem Laptop. Das stimmt. und... Aber Berta... Also Berta ist doch raus, oder nicht? Die ist doch nicht ein Zeugin. Ach, warte mal. Ist hier jetzt... Ach, wach, Freundchen. Habe ich ja ganz vergessen hier mit seinem Tattoo. Das meinen Experten mit dem Begriff Flash-Over. Wozu hatte Klingsporn so viel Styropor? Er hat seine kunstvollen Basteleien darin aufbewahrt, damit sie nicht beschädigt werden. Aber er ist ja einer von den Verdächtigen der Wett, oder? Wahrscheinlich. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir damit schon was machen können, jetzt hier. Na, dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Was haben wir denn da? Benedikt Funke. Wirklich. Fünf Jahre Haft ohne Bewährung verurteilt wegen fahrlässiger Tötung und Brandstiftung. Besonders Kennzeichen Tätowierung. Familienstand geschieden. Ein Tochter. Ach so, ach, das ist dieser, das ist der Ausgedrehtene, ne? Das ist der, der da hinten schon mal Knast saß. Funke heißt er natürlich, das ist ja klar. Aber nicht die auf dem Spielplatz, oder? Das hätte die aber doch schon mal gesagt, mein Vater ist der, den ich alle für verrückt halten, oder? Wie kann ich denn müssen wir hier was einstellen? Wer ist denn nun der verwirrte Mann, den Sie gleich wieder freigelassen haben? Tut mir leid. Was diesen Mann betrifft, gibt es nach meinem unrühmlichen TV-Auftritt eine Nachrichtensperre. War in Ordnung von oben. Ich möchte den Computer betrifft. Funktioniert die Datenbankanbindung inzwischen? Ja, aber wir haben noch nicht sämtliche Straftäter eingegeben. Meinetwegen kannst du einen Blick darauf werfen. Na, dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Gauner-Gabi mal bei der Datenbank gucken, ja. Ein andermal, Tochter. Ich möchte nicht, dass mir da was durcheinander kommt. Na, ich glaube, das kann nur Karl, weil er eher so der Technik-Typ ist. Haben wir schon was für die Ohren? noch mal. Also, wir haben das Gesicht, Gesicht, Bart, Nase, Haare, Augen, fünf Sachen. Ohren haben wir noch nicht, ne? Irgendwie sowas wie Druck eine Brille oder so, Mund. Haben wir denn noch Personen, die jetzt hier fehlen? Achter, der Pfarrer, diese Frau, Herr Bertha, wäre schon nicht schlecht, ne? Sarah noch mal? Aber mit wem? Ich fände es gut, wenn ich hinter auch noch stünde, wer diese Aussage aufgezeichnet hat, weil das vergesse ich die ganze Zeit. Gehen wir mal mit Gabi zu dem Kind. War ich jetzt ja auch schon. Wie war der Mann aus dem abgebrannten Haus denn so? Erst hat Papa gemeint, das ist ein Doofkopf. Dann hat er gesagt, das ist ein Glückspilz, weil er ganz viel Geld von der Versicherung kriegt, um ein viel schöneres Haus zu bauen. Nee. Ich bin's, Tatsan, ich meine Tim. Und ich heiße Sarah, du Angeber. War ein bisschen geil, wir sind mal direkt jeden Wechsel. Ist dir hier mal ein unheimlich Erwachsener aufgefallen? Ein unheimlich Erwachsener? Ein Brabbelkopf mit Bart und ein bleiches Gespenst. Es saß in einem ganz schicken Auto, wo es gebrannt hat. Oh. Es mochte keine Sonne und hat beim Rausgucken die Augen ganz fest zugemacht. Es hat ganz dicke, dicke Tränensäcke. Bestimmt, weil Gespenster so viel heulen und weinen. Ich nehm's mal mit. Wie sah das Gespenst im Auto aus? Warst du schlecht? Es hatte Tränensäcke. Hat Gespenst mit Tränensäcken gesehen. Okay. So, als kenne ich auch, ja. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal zwei Aussagen von einer Person. Den Armen wurde, den Armen wurde geben? Ach, würde. es wäre schon peinlich, wenn der große Spruch falsch wäre. So. Komm, Bertha, irgendwas musst du doch gesehen haben. Hallo, Tim. Ist Willi da? Nee. Ist Willi über Feuerlöscher? Natürlich. Feuerlöscher können Leben retten. Allerdings müssen sie regelmäßig gewartet werden. Dafür gibt es Spezialfirmen. Ich kann mich nicht entsinnen, wann die letzte Überprüfung stattfand. Darum kümmert sich Herr Sauerlich stets persönlich. Ich glaube, Bertha sagt uns nix. Hat Ihre Laube etwas abbekommen? Ich dachte schon, die Flammen geifen wegen der Kirschbäume auf mein Haus über. Wenigstens das habe ich mir bei einem Gartenschlauch verhindert können. hm. Hm. Hallo, Carl. Kann ich zu Willi? Ja. Sag ihm, er soll nicht so viel fernsehen. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Genau, Klößchen. Suchen wir also nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Kann ich einen Gartenzwerg untersuchen? Wirklich? Nee. So. Holzstumpf? Boah. Hä? Das ist glaube ich nichts. Reicht es jetzt schon an Informationen? Und wo müssen wir denn damit hin? Nochmal hier zum Kommissar. Funktioniert die Datenbank-Anbindung inzwischen? Ja, aber wir haben noch nicht sämtliche Straftäter eingegeben. Meinetwegen kannst du einen Blick darauf werfen. Na dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Was hätten wir denn noch? Ich würde ja gerne mal hier hinkommen und dass der wach wäre, aber... Das kommt wohl nicht vor. Oder? Oder mit jemand anderem? Nee, der Feuerteufel haben wir noch nicht. Wir sind gerade am Aussagen aufnehmen. Was kann nicht sein, dass wir von ihm was brauchen, oder? Besitzen Sie ein Haustier? Hat Ihr Beruf auch romantische Seiten? Besit... Eine Katze. Sie ist wahnsinnig eifersüchtig und findet heraus, wenn ich beim Einsatz einen Artgenossen vom Baum geholfen habe. Nee, es macht ja keinen Sinn von dem Verdächtigen hier, das aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, der Fahrer hätte noch nicht alles... Nächsten Sie den Chauffeur erkannt? Sagt Ihnen der Name Klingspawn etwas? Das war mal ein fleißiger Kirchgänger. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich hoffe, er hat nicht den Glauben verloren. Oh! Beschreiben Sie bitte noch einmal die Nase des Käufers. Die Nase war fein und schmal. So, wir gucken jetzt mit Gaby noch mal den Nachbarn an. Das will er ja nicht. Wenigstens Ihr Kinder glaubt mir doch, oder? Ich wünschte, wir könnten es. Ah, jetzt hier. Mit ihr geht es. Das ist doch wieder dieses Feuersymbol. Ja, danke schön, Gaby, dass du über unsere kompletten Aussagen drüber gemalt hast. Aber na gut. Ja, von dem Mann kriegt sie nichts mehr raus, oder? Wo steckt Ihr Nachbar? Haben Sie sich auf diese Weise an Ihrem Nachbarn gerecht? Wo steckt... Das weiß niemand. Ich wünschte, er würde sich melden, bevor ein falscher Eindruck entsteht. So. Okay, da haben wir jetzt auch euren Baumstamm da angeguckt. Können wir auch mit zwei klicken, ne? Wie sah denn das Luxusauto aus? Das haben wir schon. Ist Frau Süßholz vermögend? Das hatten wir. Da kommt es wieder mit ihrem Schädel an. Muss man sich für eine der Fragen entscheiden? Ja, man kann theoretisch, kann man da nochmal rausgehen und dann nochmal rein und dann die andere Frage auch noch stellen. Also, du kannst beide Fragen stellen, aber nicht direkt nacheinander. So, jetzt vielleicht nochmal. Wer ist denn nun der verwirrte Mann, den Sie gleich... Na dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Nochmal im Fernglas gucken, ob da sich was verändert hat. Ja. Kann ich auch nochmal machen. Katze ist noch da. Oh, das sieht noch alles gleich aus. So. Zack. Letztes Tattoo, nachdem das Symbol aufgezeichnet wurde. Gucken wir mal. Oh. Ach ne. Wozu hatte Klingsporn so viel Styropor? Ne, warte mal. Wer hat das aufgezeichnet? Gabi. Besitzen Sie ein Haustier? Nee. Hat Ihr Beruf auch... Kann ich auf das Tattoo? Aber war kein schlechter Hinweis. Was sind denn das für Fragen? Ja. Manche Fragen sind nicht so hilfreich für den Fall. Muss man sagen. Hier konnte man aber noch gar nichts klicken, ne? Ich denke, die ganze Zeit habe ich hier was übersehen. Bei der Straße länger gucken. Was beim Feuerwehrmann oder was? Oh, warte mal. Aber das ist auf jeden Fall keine Limousine. Kann man schon mal sagen. Ach, beim Fernrohr. Ach, beim Fernrohr nochmal die Straße. Sehen wir da vielleicht eine Limousine? Okay, wir gucken mal länger. Grün. Ne, scheint immer dasselbe. Also es kommt dieser Lastwagen und dann kommt der Roller. Ja. Ach, schade. Okay. Ja, war aber kein schlechter Tipp. Das Fernrohr wird überbewertet. Jetzt kann man auch nichts mehr zeigen. Gibst du jetzt Daten ein? Ist man bei der Serie von Bränden zu neuen Erkenntnissen gekommen? Noch laufen Untersuchungen. Ich habe veranlasst, dass die Brandorte besser abgesichert werden. Ich rechne ehrlich gesagt mit keinen weiteren Resultaten. Zu dieser Ruine können wir auch gar nicht mehr hin. Das ist, glaube ich, abgehakt. Das war der Vogel schuld. War Herr Klee in seiner Laube, als es brannte? Wie ist der Brand entstanden? Die Experten meinen, jemand müsse die Vogelscheuche angezündet haben. Im Nu stand alles in Flammen. Beim Obdachlosenheim gibt es irgendwann schon was zu sehen. Ja, davon bin ich ausgegangen, dass irgendwann irgendwas da passiert. Nur, welcher Trigger muss da... Warte mal, war ich gerade aus? Nee. Welcher Trigger muss da fehlgefunden werden? Das ist doch immer dieses Stück Stoff hier, was ich mal haben will. Bleibst du auch brav vom abgebrannten Haus fern? Na, was meinst denn du? Was für Augen hatte dein Gespenst? Ach, junger Mann, seien Sie ein guter Detektiv und schreiben Sie. Die alte Sarah hat einen Gespenst mit schmalen Augen gesehen. Das kann ja nicht die einzige sein, die zwei Tipps hat, oder? Die Flasche beim Obdachlosen war klickbar. What? Nee. Ich glaube, hier habe ich wirklich alles probiert. War ich schon mit jedem beim Obdachlosenheim? Wir probieren es gerade mal aus. Das war Tim. Mit Karl waren wir gerade. Willi. Ja. Nee. Das sind alle. Ich will Gabi noch mal zu Willi gehen. Hallo, Gabi. Sind Sie mit dem Frühjahrsputz fertig? Kann ich Willi stören? Willi und stören? Der hat die Ruhe weg. Nur zu. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hin an? Ja, das mit dem Tattoo ist einfach zu gut, als dass wir das jetzt irgendwie... Fragen wir nach. Also irgendeiner muss doch nach diesem Tattoo fragen können. Das gibt es doch nicht. Hat Ihr Beruf auch romantische... Nee. Wollten Sie von Anfang an Feuer wärmen? Sind Ihre Eltern nicht sehr stolz auf Sie? Was meinen Experten mit dem Begriff... Das hatten wir eben. Wurden Sie schon einmal für eine Rettung ausgezeichnet? Was sagt denn Ihre Freundin zu Ihrem Beruf? Wurden... Nein. Ich bin vom Beruf Retter. So kurz wie ein Zeichen hier, aber nee. Wegen Umzugsarbeiten bis zur Abendspeisung geschlossen. Okay. Ah, wir müssen das Zeichen an jedem Tattoo... Wir haben das doch schon mehr hier hinten gefunden. Die Frage ist, hat da unser Computer schon funktioniert? Das ist die Frage. Das stimmt. Sieht aus wie Feuer mit einem Vogel. Hier hatten wir das CMB gefunden. Okay, aber ich kann es nicht notieren auf dem Computer. Da müssen wir mit Tim dann doch noch mal hier rein, oder wie? Ich! Das ist kein Tollhaus. Hä, war nicht Tim der Einzige, der hier rein durfte? Oder Karl? Na ja, meinetwegen. Was kann ein Bücherwurm wie du schon anrichten? Okay. Ne, das hatten wir auch schon mal angeklickt. Nichts. Logo. Ich meine mich zu erinnern, dass man jemanden nach dem Obdachlosen fragen muss. Und der sagt dann, dass der im Obdachlosen heim ist. Na, es kann ja eigentlich nur Glockner wissen, ne? Wo der jetzt hingegangen ist, weil der vorher da eingesperrt war. Vielleicht frage ich dann mal mit allen Glocknern, wo der jetzt hin ist. Haben sich sehr viele krank gemeldet? Ich habe es bereits früher brennt. Gibt es ein neues Phantombild? Wo könnten sich Frau Süßholz, Herr Klingsporn und Herr Klee aufhalten? Gibt es ein neues Phantombild? Wozu? Wir machen sowas nicht zum Spaß. Gibst du jetzt Daten ein? Ist man bei der Serie von Brenn... Gibst du jetzt Daten ein? Gibt's... Ach, du hast meine Medikamente auf dem anderen Schreibtisch entdeckt. Euch Detektiven entgeht wirklich nichts. Dann wisst ihr ja auch, wie wichtig es ist, immer am Ball zu bleiben. Jetzt auf die Zelle kann ich nicht mehr klicken. Da kann ich mir vorher hingehen. Aber ich hatte eben gedacht, wir hatten doch bei jemandem... Äh, wo ist denn der Mann hin oder sowas, ne? Wer ist denn nun der verwirrte Mann, den Sie gleich wieder freigelassen haben? Funktioniert die Datenbank? Wer ist denn... Tut mir leid. Was diesen Mann betrifft, gibt es nach meinem unrühmlichen TV-Auftritt eine Nachrichtensperre. War eine Ordnung von... Nee. Leute, fehlt dir wieder so irgendeine kleine Sache? Müllhafen vom Mietshaus, ja, den habe ich, glaube ich, auch schon mit allem angeguckt. Ja. Geht das hässliche Graffiti im Trepp... Ist Frau Süßholz wieder aufgetaucht? Nein, aber irgendein Lektor hat nach ihr gefragt. Ihr Verlag will das neueste Manuskript. Die Mülltonne ist nie... Ich habe das Gefühl, da können Sie lange warten. Was für eine Mülltonne? Was ist hier vorne bei dem... Bei der... Da haben wir auch schon mal reingeguckt. Der kleine blaue Eimer? Warte mal. Hier meint ihr bei dem Abgebrannten? Ich würde gerne noch mal mit... Nee. Mit allen in diesen Mülleimer hier gucken. Diese Mülltüte. Hm. Das kann nicht sein, dass jetzt nur einer von denen über den Mülleimer reden kann, oder? Also da ist der Drogendrip besonders schlimm bei ihr. Hm. 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 Ach, verflixt. Dachte er ja... Ah. Mit allen mal das Auto anklicken. Ein Feuerwehrmann. Ist das Ihre Klapperkiste? Ja. Alt, aber mein. Yo. Wohnen Sie außerhalb? Jo. Darum brauch ich den Wagen. Sind Sie dumm? Ja. Ist Ihr eigener Wagen auch schnell wie die Feuerwehr? Schön wär's. Mein Feierabend beginnt erst richtig, wenn ich den Motor tatsächlich zum Laufen bringe. Wissen Sie, was die Buchstaben CMB an Häusern betrifft? Sagt Ihnen ein Vogel etwas, der aus einer Flamme herausfliegt? Hm. Ah, du interessierst dich für die Geschichte vom Phönix. Phönix nannten die alten Griechen einen sagenhaften Vogel, der ein hohes Alter erreichte, sich selbst verbrannte und verjüngt aus seiner eigenen Asche auferstand. Das heißt ja bestimmt Phönixkult oder so, ne? Das ist der zahlreichen Sinnbilder für Unsterblichkeit. Aha. Da noch mehr zuzusagen. Sagt Ihnen ein Vogel etwas? Wissen Sie, was die Buchstaben CMB an Häusern bedeuten? CMB? Das sind die heiligen drei Könige. Kaspar, Melchior und Balthasar. Zur Weihe eines Hauses... Der Phönixorden. Wir werden jetzt gleich jemanden treffen mit einer bestimmten Markierung auf der Stirn. Christus Mansionen Benedikat. Christus segne das Haus. So. Ich möchte jetzt hier Obdachlose treffen. Gibt es ein neues Phantombild? Wo könnten sich Frau Süßholz, Herr Klingsporn und Herr Klee aufhalten? Die Brandopfer? Das wird sich gewiss noch klären. Die Ärmsten wissen noch gar nichts von ihrem Schicksal. Ein wenig stutzig macht mich das schon. Oha. Oh Mann, eine Sache fehlt, glaube ich, noch. Eine Sache fehlt noch, ne? Wie bekommst du die alten TKG-Spiele zum Laufen? Das lese ich oft in den Kommentaren. Das ist ein Windows 98-Emulator. PCM heißt der. Kann sich runterladen. Shit. Was fehlt? Ich frage Bahnhofsviertel. Kann man den Zettel bei der Polizei mitnehmen? Ne, ne? Können wir nur angucken. Oh, und jetzt kann ich nicht mehr mehr angucken. Na gut. Hm. Jetzt wird er die Augen ändern. Ne, wenn ich auf den Bildschirm klicke, dann sagt er immer, geht noch nicht oder sowas. Hier noch irgendwas finden. Ist das schon der Mann? Ja, das geht wieder auf den Mann. Ist Herr Klee alleinstehend? Sagten Sie Limousine? Ja, der ist im Orden des Phönix. Bitte nochmal, wie sah das fremde Gesicht in der Limousine aus? Achso, na gut. Länglich, oval. Mit einem vollen, gepflegten Oberlippenbart. Was haben wir übersehen? Snape ist der Feuerteufel. Ähm. Nochmal beim Spielplatz, ich hab das Gefühl beim Spielplatz, wir haben jetzt zwei Aussagen von diesem Kind. Kann nicht sein, dass die alles weiß. Das haben wir auch beides. Gibt es so etwas wie einen Feuerkult? Was unterscheidet... Was halten Sie von Autoren, die Kitschromane? Ist das neue Bild bald fertig? Nee, der Pfarrer, da sind wir durch, glaube ich. Irgendwann muss doch jemand abends sein, das kann nicht wahr sein. Irgendeine kleine Sache fehlt hier wieder noch. Hilfe! Können nicht alles auf dem Spielplatz lösen. Ist wieder was verbuggt? Nee, ich hoffe nicht. Ähm. Die Situation haben wir nur häufiger schon bei TKRG-Spielen und meistens fehlt dann noch so eine Sache, die man mit genau einer Person anklicken muss, damit es weitergeht. Und das ist dann das Problem. Wir haben auch immer noch diesen komischen Stofffetzen da am Spielplatz, den wir noch nicht nehmen können. Und den Computer können wir auch noch nicht so ganz bedienen. Gab es bereits früher Brände, bei denen die Opfer verschwunden sind? Gab es bereits früher Brände, bei denen die Opfer verschwunden sind? Es ist ewig her, dass wir Schlag auf Schlag Brände mit Vermissten hatten. Einige Fälle wurden ungelöst zu den Akten gelegt. Wir haben bisher nur Zeugen-Aussagen aufgezeichnet. Bei irgendwas fehlt hier noch, dass es weitergeht. Wenn ihr einen Tipp habt, einen heißen Tipp sozusagen, schreibt ihn gerne in den Chat rein. Ich wüsste jetzt nicht, wenn wir in allen Tatorten haben, haben wir dieses Feuersymbol gefunden. Mit Karl nochmal. Ihr seid bei Karl. Karl Feuerwehr, Karl Polizei nochmal gucken. Ja. 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 Ja, das macht schon Sinn. Also das hier und dass man dann hier rüber geht, aber dann sagt er ja immer, nee. Oder wo kriege ich ihn hin? Na dann nicht. Oh. Ja. 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 Ach, muss ich das noch anklicken? Verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Und Mann, Brandstiftung. Besonderes Kennzeichen, Tätowierung. Puh! Das ist so typisch TKG-Spiel. Du hast hier alles gefunden und dann war es aber noch mal hier oben draufklicken. Aber ich kann es nicht mitnehmen, oder? Nee. Schreibe den Devs gleich eine Mail. Ja, die würde es interessieren. In ihrem Spiel vor 23 Jahren. Ich habe eine Frage dazu. Ich glaube, wir hatten sogar beim letzten Mal jemanden, der beim Kundensupport gearbeitet hat. Hier bei der Tibola. Früher. So. Haben wir damit jetzt das Obdachlosenheim freigeschaltet? Ui! Wirklich! Ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen, diese Spiele. Oh Mann! Haben Sie die Herren Klingsporn und Klee oder Frau Süßholz gekannt? Fürchten Sie sich? Gut. Das ist mir klar, welche Frage ich jetzt nehme. Nicht auf mich gehört. Ah ja, stimmt. Der gab auch immer nur so kurze Antworten. Aber er hat auch dieses Tattoo. Ja, ja. Der gehört zu dieser Vereinigung. Okay, dann gehen wir jetzt mit allen dahin. Herr Funke? Benedikt Funke? Wie ist es Ihnen im Gefängnis ergangen? Wo tragen Sie Ihre Tätowierung? So. Gebranntmarkt fürs Leben. Ich habe es nie geschafft, dass der vor dem Obdachlosenheim sitzt. Ja, dieser Trigger. Aber das war jetzt wirklich auch ein Zufall, dass ich da nochmal auf dieses F geklickt habe. F U. Guten Tag. Sie sind Herr Funke, nicht wahr? Soll ich Ihnen etwas zu essen bringen? Hand aufs Herz. Haben Sie einmal ein Feuer verursacht? So, los geht's. Ein furchtbarer Irrtum. Also, das ist ein schwieriger Zeuge, sage ich euch. Herr Funke, ich bin es, Gabi Glockner. Na, ihr habt doch im Chat nicht gesagt, das F muss angeklickt werden, oder? Vermissen Sie Ihre Tochter sehr? Wo haben Sie ihr gewandt gelassen? Gewandt. Abgelegt. Ach, Mann. Muss ich jetzt mit jedem beide Fragen stellen? Wo tragen Sie Ihre Tätowierung? Wie ist es Ihnen im Gefängnis ergangen? Gebetet. Viel gebetet. Haben Sie die Herren Klingsporen und Klee oder... Fürchten Sie sich? Hat großen Einfluss. Große Macht. Das ist echt schwierig, hier was rauszukriegen aus dem... Soll ich Ihnen etwas zu essen bringen? Schokolade. Danke, nein. Hier kriege ich was. Später. Bei der Abendspeisung. Okay. Vermissen Sie Ihre Tochter sehr? Meine Tochter. Och, Mann. Okay, der sitzt jetzt zwar hier, aber wirklich jede einzelne Aussage war jetzt ja eher nichts. Jetzt will ich aber nochmal hier. Das ist aber doch nicht die Tochter von dem, oder? Die ist doch da nicht mehr obdachlos, nein, die Tochter ist die ganze Zeit auf dem Spielplatz. Wie war der Mann aus dem abgebrannten Haus denn so? Nee, das ist die nicht. Möchtest du Oskar mal streicheln? Lieber nicht, nachher bekomme ich noch Flö. Okay. Gehe ich vielleicht nochmal zu Willi. Hallo, Gabi. Kann mich Willi stören? Willi und stören? Der hat die Ruhe weg. So, jetzt geht sie doch bitte mal weiter. Warum sollte jemand bei sich Feuer legen und dann abhauen? Was sind die Beweggründe unseres Feuerwehrmanns, sich einzumischen? Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Du hast recht, Klößchen. Fragen wir nach. Verflixt. Und wie passt unser verwirrter Obdachloser da hinein? Funktioniert die Datenbank-Anbindung inzwischen? Ja, aber wir haben noch nicht sämtliche Straftäter eingegeben. Meinetwegen kannst du einen Blick darauf werfen. Kann ich jetzt mal hier... Kann ich jetzt mal hier... Nein. Bitte keine Experimente, Karl. Gut, jetzt haben wir zwar das Obdachlosenheim, aber so viel finden wir jetzt auch nicht durch den guten Mann heraus. Oder meint ihr, man könnte jetzt, weil wir da oben über das Tattoo geredet haben, jetzt mal auf das Tattoo zu... Ihr hier? Ich rate zu mehr Vorsicht, Hoheit. Eine dringende Warnung zwingt mich, dir zu erscheinen. Unser Neuling Günther Klee hat uns in Schwierigkeiten gebracht. Ich weiß, während wir eure Diener alles daran setzen, die Brandoogersachen zu verschleiern, hat dieser Dummkopf den abtrünnigen Benedikt Funke zum Sündenbock gemacht. Für wahr, Klee ist dir mit seinem blinden Eifer in die Quere gekommen. Daher ist es gut, dass er sich damit belohnt sieht, in unserer Mitte seinen Frieden zu finden. Doch nun höre. Gebietet über mich. Wir vermissen Klee's Feuerzeug und von Klingsporns Versicherungspolize fehlt ein Teil. Beides darf uns nicht zum Verhängnis werden. Ich werde darüber wachen. Noch etwas. Mir missfällt, dass sich diese Kinder in unserer Nähe herumtreiben. Lass dir denn noch nichts anmerken. Ich weiß jetzt zumindest, wo der Dicke wohnt. Wenn uns diese Küken Schwierigkeiten machen, wird es eben einen Brand mehr geben. Mein Zeichen darauf. Ja, Hoheit. Auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Okay, diese Autorin ist offenbar. Das... ...ehe er mich sieht. Diese komische Autorin, ist das... ...ist der Kopf der Bande, oder was? Sehe ich das richtig? Der ihre Romane schreibt, war das die? Ja, wer ist der Dicke wohl? Denkt man scharf darüber nach. Das sein könnte. Warn frei, wir rücken aus! Oh nein, brennt es jetzt? Oh nein! Ah! Was hat das Zeichen hier zu suchen? Das heißt, hier wird gezündelt. Und Bertha hat ja nochmal gesagt, ihre Feuerlöscher wurden lange nicht mehr geprüft. Oh je. Oh je. Bertha? Hallo, Karl. Macht den Schlauch fertig. Kann ich zu Willi? Hat sich jemand verdächtig lange vor der Villa aufgehalten? So, jetzt aber. Ja, ich dachte schon, da verrichtet einer sein Geschäft am Baum. So ein Glatzkopf. Ich bin sofort hinaus, aber die Gestalt war schon weg. Oh oh, ein Glatzkopf. Ist das ein böses Omen? Hallo, Tim. Verfügt die Villa über Feuerlöscher? Ist Willi da? Aber jetzt. Jetzt muss es doch nochmal. Du kannst gleich zu ihm. Jetzt wird er doch nicht wieder den Satz sagen. Brr, dieser Fremde bei Höllwart ist unheimlich. Okay. Das Feuerzeug haben wir doch, oder nicht? Da. Diese Feuerzeugwaffe haben wir. Versicherungspolize. Oh Gott, wie werden wir das denn kriegen? Über den Nachbarn? Der wird ja auch nicht sein Versicherungszeug hier. Hat Ihre Laube etwas abbekommen? Meinen Sie, dass das Absicht war? Die Mülleimer durchsuchen. Ja, das ist jetzt nicht schlecht. Hm. Mit wem? Geht das wieder nur mit einer Person? Mit einer bestimmten? Oder vor der abgebrannten Garage, meint ihr das? Okay, wir gucken nochmal bei der Garage. Äh, stopp. Briefkasten. Briefkasten. Der Mühleimer ist noch nicht freigeschaltet. Ist das nur nicht für Gabi, oder? Stimmt, wir könnten auch nochmal innen, ja, ja, ja. Könnten nochmal in die Feuerwehr rein, jetzt wo er wieder weg ist, das stimmt. Jetzt noch in die Hände gespuckt? Okay. Ja, vielleicht hat er was Neues reingeschrieben. So, ich guck mal, kann man hier noch was? Döp, 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 döp. Feuerwind. Mit dem Glück im Bunde. So. Gibt es jetzt hier einen neuen Eintrag? Okay, jetzt. Das ist so neu. Höllwart hat den Tod seiner Eltern wohl nie verwunden und Bekanntschaft mit Leuten gemacht, die das auszunutzen wissen. Ah, es geht wieder los. Ich stehe vor einem Rätsel. Wo kann Klaes Ne, es ist nicht, dass es kleingeschrieben ist, es ist einfach nur sehr unleserlich für mich. Wo kann Klaes Waffe nur geblieben sein? Und warum dürfen meine Brüder und Schwestern zu Phönix aufsteigen, obwohl sie sich dermaßen ungebührlich von ihrer alten Existenz verabschieden? Durch Klee hätte sein Nachbarachter fast Schaden genommen und überdies wäre beinahe noch alles aufgeflogen. Ich muss aufpassen, mit diesen Aufzeichnungen nicht sorglos zu werden oder sie komplett auf meinem offenen Bett liegend in der Feuerwache zu lassen, während niemand da ist. Kein Wunder. Ich kann es nicht erwarten, mich ebenfalls zu erneuern, zu ermorden, habe ich gerade gelesen, und die Güte, vor mir in der Grundschule, wo man gerade lesen lernt, und die Güte kommenden Daseins zu erfahren. Mal sehen, wie die einberufene Versammlung dazu steht. Oh je, Mini. Ja, das ist vorlesen wie in der Grundschule, ja. Okay, aber hier haben wir jetzt schon mal offenbar irgendwelche Zeichen. Vielleicht müssen wir da nochmal gleich gucken. Hier vorne hatten wir schon geguckt. Vier Stück insgesamt. Okay. Guck mal hier doch gerade nochmal. Ne, ist aber jetzt nichts, was man klicken kann, ne? Erst Musikunterricht, jetzt lesen. Das war schon sehr gut, aber schaffst du es noch ein bisschen schneller? Wo soll diese Versicherungszeug sein? Oder jetzt vielleicht in den Mülleimer? Nein, stopp. Warum klicke ich immer hier hin, wenn ich zum Mülleimer will? Als nächstes Mathe, oh meine Güte. Ja, das... Ach, bei Süßholz der. Ja stimmt, den hatten wir auch noch. Den habe ich durch den Drogendrip immer ganz vergessen. Nee, immer noch nicht, glaube ich. Hm. Oder muss der wieder ausgarten, nicht an dem Müll, oder? Nee. Hat Ihre Laube etwas abbekommen? Der Nachbar hat noch was. War Herr Klee in seiner Laube, als es brandt? Wie ist der Brand entstanden? Was haben wir doch alle schon gefragt? Sagten Sie Limousine? Ist Herr Klee alleinstehend? Mädchen, glaubt ihr Kinder mir jetzt? Warum mit Gabi? Das macht doch keinen Sinn. Ach, dann kann ich euch etwas verraten. Ja, ich habe mich an Klee gerecht, indem ich ein Fotoapparat installierte in meinem Vogelhäuschen. Ich habe ein sonderbares Polaroid-Foto gemacht, als Klee Besuch hatte. Sieht uns wer. Pass auf, ich deponiere es hier bei meinen Zwergen. Vielleicht hilft es euch weiter. Sie könnten es mir auch jetzt einfach geben. Ich werde es in die Hose von einem Zwerg stecken. Ich stehe, ich stehe gerade hier. Warte. Ja, ich gucke. Ach! So sieht er aus, ist der Klee. Das Outfit erinnert mich an den Fetzen, den Benedikt Funke getragen hat. Also das hier ist das ist der beste Droll in dem Spiel. Ah, das ist er also. Das finde ich geil, wenn sie so voll hier drauf geht. Bei einer Kostümprobe. Jetzt können wir nämlich auch bestimmt diesen Fetzen da aufheben. So, los geht's. Ah, warum denn nicht? Warum denn nicht? Willst du erst mal nochmal angucken? Du hast wie einer von Dingo, oder? Also irgendwie erinnert er mich an irgendeinem Dingus Aladin, oder sowas. Nee, kann ich nur nicht anschauen. Ich will erst mal zeigen. Den anderen zeigen, bei Willi? Oder den Polizeiglockner. Polizei oder Obdachloser? Ja, ja. Nee, warte mal, wir gehen mal erst mal zur Polizei. Nee, kann sie nicht zeigen. Obdachloser. Obdachloser. Aha. Phönix aus der Asche. Dieses Kostüm. Sagt Ihnen das was? Der Mann da. Er ist ein Gezeichneter. Wie ich. Sieh her! Da ist es. Das Zeichen unseres Phönix. Das macht sie alle gleich. Hey Kinder, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Das macht euch hier kein Phönix-Tattoo. Vermissen Sie Ihre Topf. Ja, jetzt hat er mal ein bisschen was gesagt. Vielleicht können wir jetzt mal bei der Polizei was erreichen. Ist man bei der Serie von Bränden zu neuen Erkenntnissen gekommen? Ach, nicht den gleichen Fehler wie ich. Macht euch hier kein Phönix-Tattoo. Ja, können wir vielleicht jetzt mal jemanden auf das Tattoo ansprechen? Nein. Oh, und hier ist zu. Okay. Kann ich jetzt hier mal was einstellen? Bitte keine Experimente, Karl. Wollt ihr jetzt noch mal diesen Mülleimer? Ei, ei, ei. Ich bin froh, dass das Spiel überhaupt läuft. Nee, der Mülleimer ist noch nicht klickbar. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Ja, wir machen am Ende mal so eine Tierlist, welches von den Spielern am besten war. Aber das ist mir hier schon wieder zu, mit diesem einzelnen Mini-Triggern. Am besten, ja. Dem Kind mal das Foto zeigen? Ja. Ah, geht nicht. Möchtest du Oskar mal streicheln? Nee. Wann können wir diesen blöden Lappen da mal aufhängen? Meint ihr, der Pfarrer kennt den? Haben Sie wenigstens den Chauffeur erkannt? Sagt Ihnen der Name Klingspornet. Wissen Sie, was die Buchstaben C, M... Sagt Ihnen ein Vogel etwas, der aus einer Flamme heraus... Mit Willi den Fetzen mal aufheben? Okay, wir probieren mal. Nee. Nee, irgendwas fehlt uns noch für diesen Fetzen da hinten. Da einmal im Hauseingang? Da kommen wir doch mit Gabi überhaupt nicht rein. Ach, den meint ihr? Nee. Mir leid, aber Hunde sind in unserem Haus unerwünscht. Ich kann nicht dauernd eine Ausnahme machen. Ich kann ja gar nicht da rein mit ihr. Stimmt, aber der Eimer ist da ja nur mit Gabi. Ja, ja. Das stimmt wohl. Na ja, meinetwegen. Was kann ein Bücherwurm wie du schon anrichten? Noch mehr mit Funke reden. Wie ist es Ihnen im Gefängnis ergangen? Was genau meinten Sie, als Sie sagten, wir sollten nicht den gleichen Fehler machen wie Sie? Okay, das ist neu. Ich will dir meine Geschichte erzählen. Oh, okay. Okay. Eigentlich konnte ich nicht klagen. Ich lebte damals in Waldesfinster, war ein erfolgreicher Vertreter und daheim wartete meine Frau jeden Abend mit dem Essen auf mich. Dann kam meine kleine Tochter zur Welt, Ines. Ich hätte glücklich sein müssen. Aber tagsüber klinken, putzen und abends der Babyrummel, das war einfach zu viel. Wir stritten uns dauernd. Als es beruflich bergab ging, bekam ich eine Krise. Hallo, danke schön für den Raid. Wir haben gerade eine emotionale Zwischensequenz. Eines Tages lernte ich in einer Kneipe Leute kennen, die mich auf Anhieb verstanden. Komm zu uns, sagten sie. Und ich, Esel, wurde Mitglied ihrer geheimen Gemeinschaft. Anfangs war es herrlich, mit meinen neuen Freunden die Abende zu verbringen. Ich fühlte mich gut. Wir kostümierten uns heimlich, hielten Versammlungen ab und halfen einander, wo es nur ging. Die Hüte sind ja furchtbar. Einige zogen ganz in unser Tagungshäuschen. Du kennst es. Heute heißt es Spukruine. Wir hatten auch einen Anführer. Phönix, der sein Gesicht nie zeigte. Er beschwor uns, vom bisherigen Leben abzulassen, wie der sagenhafte Vogel, der sich selbst verbrannte. Ich erfuhr, dass die höchste Stufe der Mitgliedschaft darin bestand, die eigene Bleibe anzuzünden und zu ihm ins Haus zu ziehen. Aha, okay. Oh, wir sind schon nah an der Lösung. Dann war ich an der Reihe. Ich hatte mein Haus hochversichert, falls es brennen sollte. Meine Frau wollte zu meiner Mutter zurück und dort meine Tochter allein erziehen. Das war der Anstoß, alles hinter mir zu lassen. Also zündete ich mein Haus an. Oh Gott, ich wusste es. Doch wehe mir. Meine Frau hatte den Zug verpasst und die Abreise verschoben. Sie entkam den Flammen. Nur sie. Ach, das war das aus der Akte. Hm. Hm. Phönix forderte von mir das Geld aus der Versicherung und drohte, ich dürfe auf keinen Fall zur Polizei gehen. Ich tat es dennoch, verschwieg aber, in welche Kreise ich geraten war. Phönix handelte rasch. Er räumte schlagartig das Feld. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt alles verloren. Meine Tochter in den Flammen umgekommen. Meine Frau ließ sich scheiden. Und ich landete im Gefängnis. Nun versucht er erneut, sich über die Mitglieder seiner Vereinigung zu bereichern. Ich weiß nicht, wer er ist. Oder wo. Ich weiß nur, dass ich euch warnen muss. Hätte ich schon ein hartes Kinderspiel, sage ich euch. Kommissar Glockner hätte mich nie laufen lassen. Sobald ich hier was zu essen bekommen habe, geht es zurück in meine Bruchbude. Nach Waldesfinster. Und alle, die jetzt hier durch den Raid dazugekommen sind. Bis dahin war es lustig. Jetzt hat sich gerade eine dramatische Geschichte aufgetan. Rund um diese Feuerteufel-Vereinigung. Okay. Was ist die Frage? Puh, was machen wir denn jetzt damit? Mit der ganzen Nummer? Können wir das jetzt endlich mal der Polizei erzählen? Nein, natürlich nicht. Nein, ist der Chat hier stehen geblieben. Ich traue mich aber nicht rauszugehen, weil ihr wisst, was der Shortcut ist, um rauszukommen. Und ich habe Angst, dass der dann wieder zum Finale springt. Oh, das steht gar nicht, dass wir das nicht spielen, das ist klar. Das sollte euch mittlerweile klar sein. Da wollte ich es jetzt hier am Handy aufmachen. Moment. Aber Donnie hat noch nicht das Drachen-Villa-Spiel gespielt, ne? Wahrscheinlich wird das auch zu schwierig sein mit dem Windows 98-Emulator. So, zack. So, guck mal, da seid ihr, glaube ich, wieder. So, da sind sie doch wieder. Oder zu schwer für Donnie. Also ich kann mir bei Donnie richtigen Ragequid am Ende vorstellen. So, das ist aber jetzt ein kleiner Chat. Scheiße, kann ich das Kröder machen? Oh nein. Okay, also wenn ihr mich hier so seht, dann wisst ihr, ich gucke auf den Chat. Donnie kriegt es niemals durch. Oh, okay, also hier wird eine Challenge ausgesprochen. So. Jetzt ist die Frage, müssen wir mit allen nochmal ein bisschen mit ihm reden? Haben Sie die Herren Klingsporen und dieser Phönix ist wohl nicht auf den Mund gefallen? Oh, okay. Dafür gibt es noch mehr Einfuss. Stimmt. Da fehlt mir ein, er hatte einen recht breiten Mund. Ah, okay. Die Oberlippe war ganz schmal und seine Stimme gebrochen. Aufschreiben. Können Sie Ihre Aussage wiederholen? Breiter Mund, Oberlippe schmal, gebrochene Stimme. Schmale Lippen, das war Nils. Okay. Okay. Okay, dann machen wir mal kurz nochmal mit allen. Gucken wir mal, ob er noch mehr Aussagen-Sinz hat. Soll ich ihn, wie alt ist dieser Phönix? Ja, so zwischen 35 und 40 schätze ich. Kann man es notieren? Wie alt ist Phönix nochmal? Zwischen 35 und 40 Jahre alt. So, okay. Haben wir Bertha aufgeschrieben? Haben wir auch noch nicht, ne? Ja, für so Achtjährige ist das richtig alt. Wollen Sie diesen Phönix die Stirn bieten? Ich bin zu schwach. Apropos Stirn. Phönix hatte fast eine Glatze. Deswegen bin ich sicher, weil ich mich an seine hohe Stirn und die freien, eng anliegenden Ohren erinnere. Oh, sehr gut. Okay, ich dachte nicht, dass wir da jetzt drauf kommen, aber gut. Apropos Stirn. Wie sahen nochmal Stirn und Ohren von diesem Phönix aus? Dann haben wir aber wirklich alles, oder? Von Bertha an dem wir nochmal. Er hatte eine hohe Stirn und eng anliegende Ohren. Okay. So, dann haben wir von Bertha. Können wir da auch noch eine Aussage aufnehmen? Warte mal. Vielleicht mit Billy. Bam, bam. Hallo, Willi. Sind meine Eltern schon da? Hast du das seltsame Zeichen draußen am Baum bemerkt? Es erinnert mich an sogenannte Gauner Zinken. Das sind Hinweise, mit denen sich manche Bettler, leider auch Gauner, verständigen. Ein simpler Kreis bedeutet etwa, hier gibt es nichts zu holen. Ein Kreuz, fromm tun lohnt sich. Eine Katze, ruhig aufdringlich werden. Aber das Zeichen am Baum ist mir unbekannt. Nee, mit wem können wir dann wieder mal die Aussage aufzeichnen? Komm. Ihr kennt sie erstaunlich gut aus, das stimmt. Verdächtig. Kann man das aufschreiben? Oh ja. Let's go. Können Sie noch einmal den Verdächtigen vor der Villa beschreiben? Ich erinnere mich nur, einen Glatzkopf gesehen zu haben. Das hat man doch schon fast, oder? Verdächtiger Glatzkopf vor Villa. So. Okay. Ach so langsam, können wir doch hier unser Verhandlungsfoto machen. Jetzt erzählt mir doch nichts. Funktioniert die Datenbankanbindung inzwischen? So komm. Ja, aber wir haben noch nicht sämtliche Straftäter eingegeben. Meinetwegen kannst du einen Blick darauf werfen. Oder müssen wir immer noch an diesen Mülleimer? Oh. Tatsächlich. Frau Süßholz muss ihr ganzes Geld der Vereinigung überwiesen haben. Ach, dann ist sie. Ja, okay. Dann ist sie gar nicht, diese Anführerin. So, jetzt haben wir die Versicherungspolizei, wir haben das Feuerzeug. Endlich konnten wir hier in den Eimer reingucken. Verwendungszweck oder mal habe ich gar nicht geguckt. Ah, man kann es nicht mehr größer machen. Na toll. Na gut. Mehr Asche für den Phönix. Ja, das ist unauffällig, ne? Also, ähm, so macht man es. So, jetzt aber, bitte. Oh Mann! Bitte keine Experimente, Karl. Jetzt brauchen wir noch den Fetzen, oder? Da sind wir auch schon ewig dran. Ich glaube, war das mit Willi? Könnte Willi den Fetzen, oder was? Komm, jetzt bitte mal an die Fetzen. Ah, warum? Der Karl? Wir kommen noch nicht dran. Wir kommen noch nicht dran. Was fehlt noch? Oh nein! Was war das gerade? Was war das gerade? Ich hoffe, das Spiel macht noch mit. Wir haben es doch fast geschafft! Nein, oh nein, oh nein. Es ist wieder weiß. Das war beim letzten Stream kein gutes Zeichen. Ähm, die YouTube-Mäuse werden keinen Fehler festgestellt haben. Aber alle, die live dabei waren, die wissen, nachdem es weiß wurde, war es nicht mehr so ganz gut. Okay. Oh, es ist wieder schwarz! Gibst du jetzt Daten ein? Ist man bei der Serie von Bränden zu neuen Erkenntnissen? Okay, okay. Okay, okay. Ich schütte jetzt so langsam. Ja, man kann nicht speichern. Das ist das Problem bei diesem Spiel. Also du kannst quasi aus dem Spiel rausgehen und dann speichert das. Allerdings, wenn ich das Spiel verlasse, kann ich es nicht mehr starten und muss neu installieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Oder wir versuchen jetzt endlich nochmal hier mit dem Tattoo zur Rande zu kommen. Hatten Sie einen Großeinsatz? Es war falscher Alarm am anderen Ende der Stadt. Das habe ich gerne. Können wir jetzt nochmal hier auf das Tattoo? Hat Ihr Beruf auch romantisch? Zeigen Sie mir, wie stark Sie sind? Aber gern! Siehst du meine Muckis? Nicht schlecht, was? Oh Gott, okay. Okay. Ja, das war überzeugend, du. Jo! Hast du schon mal so einen Phönix gesehen? Ui, ei, ei. Aber jetzt wird es mal langsam wild, das Spiel hier. Können die anderen das auch fragen? Oder kann das nur Gabi? Upsala. Wahrscheinlich macht er das nur für Gabi, oder? Ja, jetzt ist er wieder weg. Schade. Natürlich nur Gabi. Ja, gut, hätte ich mir denken können. So. Ach du meine Güte, jetzt wird es aber wirklich wild. Darin herumwühlen würde mir Spaß machen, wenn ich noch in den Kindergarten gehe. Kann dieses Mädchen für uns im Müll wühlen? Das klang jetzt danach, als würden wir das Mädchen gerne auffordern, im Müll zu wühlen. Warte mal, ich muss nochmal so raus. Würdest du gerne mal eine Mülltonne, die? Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild gesagt? Kennst du die berühmte Sauerlich-Schokolade? Schokolade macht sowas von fett. Das ist alles kalt. Ich frag das andere nochmal. Kennst du die... Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild gesagt? Auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Du sollst für uns den Müll durchwühlen. Vielleicht macht sie das nicht für Willi. Anderes Kind? Äh, anderer TKG? Du Kleine, würdest du gerne mal in den Müll sehen? Wie war der Mann aus dem abgebrannt? Möchtest du Oskar mal streichen? Mann. Nee, Gabi auch nicht. Ja, Tim vielleicht? Komm. Genießt du die Ferien? Kennst du einen Herrn Klingspawn? Genießt du die Schule? Was ist denn das für eine Gegenfrage? Warte mal. Hm. Wie sah das Gespenst im Auto aus? Ja, doch. Wurde du schlecht? Es hatte Tränensäcke. Ja. Das haben wir schon. Oh, nee, Leute. Die Aufzeichnungen sind schon wieder weg. Jetzt sagt mir nicht, dass wir noch welche brauchten. Nein. Das habt ihr euch ja eben gemerkt, was da alles stand, oder? Sieht man sie nur nicht? Dann könntet ihr ja einfach im Stream zurückspulen und mir das sagen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, warte mal. Es ist immer, wenn der Hintergrund weiß, dass man die nicht sieht. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal. Oh nein! Nein, 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 nein. Ja, aber wie kriegen wir denn, das geht an den Müllsack. Ich rede doch schon die ganze Zeit mit ihm. Spricht doch die ganze Zeit mit dem Kind. Spricht doch die ganze Zeit mit dem Kind. Oh, jetzt haben wir nur noch Karl. Jetzt sagt nicht, dass hier irgendwie... Es ist schon wieder... Silvers falsch. Das Kind durchwühlt nicht den Müll... Ja, aber wie denn? Ich habe doch jetzt wirklich mit allen mit ihr geredet. Hey, also ich spiele jetzt in diesem grafischen Bild. Was hat der Spinner zu seinem Spiegelbild gesagt? Das habe ich doch auch schon beides. Das habe ich doch beides. Jetzt sagt nicht, dass hier jetzt was nicht mehr geht durch den Bug. Wie war der Mann aus dem abgebrannten Haus denn so? Möchtest du Oskar mal streicheln? Wie war... Erst hat Papa gemeint, das ist ein Doofprop. Das haben wir auch schon. Dann hat er gesagt, das ist ein Glückspilz. Weil er ganz viel Geld von der Versicherung kriegt, um ein viel schöneres Haus zu bauen. Leute, was fehlt? Was fehlt? Dass dieses Kind hier uns irgendwas gibt oder wühlt oder so. Wenn wir ihre Aussage nicht notieren können, können wir den Fall nicht lösen. Hat sie noch eine Aussage? Wir haben noch die Aussagen von ihr schon gehabt. Wie kriegen wir das Kind an den Müllsack? Halt! Stopp! Was? Wo war es? Was? Er konnte was nehmen. Was? Da war es? Ist der Chatverlager sehr verzögert? Ach, guck an. Passen zur Garderobe der Vereinigung. Ja. Und jetzt nochmal auf den Spielplatz, oder was? Oh, danke schön, ey. Ai, ai, ai. Das gehört aber mir. Der Teil einer Versicherungspolize. Aha. Wingsporn hat eine Feuerversicherung abgeschlossen. Aber jemand anders ist Nutz, Niese. Phoenix? Darf ich das olle Papier haben? Ja, aber das Täschchen gehört mir. Ah, der Chat ist ein bisschen hinterher bei mir. Das ist das Problem. Okay. So. Moment, da mache ich euch doch nochmal hier auf. So. Was brauchen wir noch? Sind wir jetzt auf derselben Zeitebene? Ich hoffe. So, jetzt habe ich euch hier, glaube ich, wieder. Mit Tim nochmal zum Mülleimer. Meint ihr den bei Süßholzes? Oder der am Spielplatz? Oder der am Spielplatz? Ich bin, ich habe euch jetzt hier, glaube ich, der Chat rechts, den ich rechts geöffnet habe. Das ist der falsche. Und einmal durch, okay. So, jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder auf dem, auf dem richtigen, äh, Dumpfer. So. Na, komm schon. Hier, Wasser, komm schon. Wuh! Sieht mir ganz nach einer Mitfahrgelegenheit zur Phoenix-Party aus. Oh, da ist aber gewagt. Jetzt aber Dally. Oder aber auch Zeit. Und dieser Mistkarre heißt es dann wieder. Er kommt nochmal zu spiel zu seiner eigenen Beerdigung. Achso, er hat aufgelassen. Oh, nein, doch nicht. Oh. Ich bin gespannt, wo ich lande. Wann sind wir noch da? Na, da hat sich Tim ja auf etwas eingelassen. Nicht ganz ungefährlich, was er da treibt. Nach einer halben Stunde hat der Wagen das unbekannte Ziel erreicht. Finale? Jetzt aber nichts wie raus hier. Okay. So, zack. Da ist die Limousine. Wo bin ich? Das ist schon wieder dieser rätselhafte Sound. Eieiei! Echt ein Drogentrip, dieses Spiel. Was brauche ich denn jetzt? Die Waffe? Wer sagt es denn? Ein Rauchmelder. Was? Was geschieht hier? Okay. Okay. Schwein gehabt, das Gitter ist ungeblieben. Auf der Flüffelflamme schwingen. Oh, da ist das Bild. Auf der Flamme schwingen. Ja, auf der Flamme schwingen. Okay, das sind die drei Limousine. Hilfe bleibt. Seht ihr? Wegehabt. Er kommt noch mal zu seiner eigenen Beerdigung zu spät. Was? Da ist er. Ah, die Hymne. Das ist doch Bart Simpsons, die Bart Simpsons-Frau. Auf der Flamme ist entstiegen der Phönix jung und rein. Aus seiner eigenen Asche brannt er sich Leben ein. Nun lasst uns froh locken und eben nötig sein. Des Lebens doch erneuern an unser Kerzenschein. Ich grüße euch auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Wir, die Bewohner dieses friedlichen Domizils und ihr, die ihr euch zu uns gesellen dürft, sobald euch die Ehre gebührt, wollen heute einen der Besten unseres Kreises emporheben. Franz Höllwart, ich frage dich, willst du auf immer zu uns gehören, deine Vergangenheit zu Asche werden lassen und dich erneuern wie einst Phönix aus der Asche? Das will ich von ganzem Herzen. So wandle, auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Wandle! Auf der Flamme schwingen. Doch zuvor muss ich meine warnende Stimme erheben. Unheil ist über uns gekommen. Vier Kinder sind uns alles andere als wohlgesonnen und drohen, unsere Gemeinschaft zu zersprengen. Nein! 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 Vier Kinder! Oh, geil. Doch will ich gütig sein und den Ungläubigen Gnade widerfahren lassen. So sollen sie auf der Flamme schwingen, reisen, um sie von ihrer Bosheit zu reinigen. Höllwart. Alle, die wollen es abfackeln. Dein Seelenheil ist dir gewiss. Doch bevor du dein bisheriges Leben abstreibst, will ich mich persönlich der Brutstätte des Bösen annehmen. Der Villa Sauerlich. Oh, oh. Auf der Flamme schwingen. Auf der Flamme schwingen. Diese Husten gerade. Himmel, ich habe genug gehört. Zurück zum Wagen und dann raus hier. Kaum ist Tim wohlbehalten von seinem waghalsigen Ausflug zurückgekehrt, gut, sie sitzen in der Villa, das ist natürlich... ...in höchster Alarmbereitschaft. Als es mir zu brenzlig wurde, hatte ich keine Wahl und spielte wieder blinder Passagier. Höllwart musste auf dem Heimweg ziemlich lange an einer Ampel warten, sodass ich unbemerkt aussteigen konnte. Wie leichtsinnig, mein Held. Brenzlig, mhm. Wollen Sie wirklich unsere Villa sauerlich abfackeln? Es klang nicht gerade nach einem leeren Versprechen. Dieser Phönix würde notfalls über Leichen gehen. Wer weiß, was er mit seinen Anhängern macht, wenn er sie nicht mehr braucht. Weißt du wenigstens, wo du gewesen bist? Hast du Phönix erkennen können? Nein, Karl. Aber für mich steht fest, dass dieser Phönix niemand anderes ist, als die geheimnisvolle Person, die auch das Zeichen am Baum vor der Sauerlich-Villa hinterlassen hat. Hey, warum versuchen wir es nicht mit einem Phantombild? Oh, endlich. Kommissar Glockner muss uns zur Recherche an seinen Computer lassen. Okay, jetzt brauche ich euch gleich. Vielleicht ist für mich mal straffällig geworden und wir finden ihn und seinen Aufenthaltsort in der Datenbank. Dann nichts wie los. So, ich befürchte, dass wir jetzt hier diese Aufzeichnung uns nicht mehr angucken können, weil der ist gerade hier rumspinnt. Warum seid ihr diesmal zu viert? Oh, wir sind ja hinten im Knast. Dürfen wir uns an deinen PC für Recherche setzen? Bitte, bitte, bitte. Da ihr euren Spezialisten Karl dabei habt und es gerade ruhig ist, meinetwegen. Könnt ihr schon den? Habe ich ruhig gesagt? Na, macht schon. Ich glaube, das ist nicht gefährlich hier hinten, der. Ja, warum kann man die ganze Zeit schon den PC anklicken, wenn man jetzt ihn nutzen kann? Na bitte, alles betriebsbereit. So, jetzt brauche ich euch. Das Programm umfasst vermutlich erst wenige Elemente. Aber immerhin. Lasst uns keine Zeit verlieren. So. Also, das ist die Montagefläche. Seht ihr die Kategorien, die sich auswählen lassen? Gesicht, Frisur, Augen und so weiter. Also, dieses Spiel macht mich fertig. Genau. Wenn man sich für eines dieser Elemente entschieden hat, erscheint darüber eine Auswahl. Wenn man den Regler verschiebt, kann man sich alle Elemente ansehen. Ach, jetzt muss man es verkacken? Aber bist du dir sicher, dass ich dann... ...danach das nochmal machen kann? ...einfach das gewünschte Element anklicken und es erscheint auf der Montagefläche. Man kann es dann anklicken, um es zu verschieben, zu vergrößern, zu verkleinern oder sogar, um es zu drehen. So setzen wir Stück für Stück unsere Verdachtsperson zusammen. Das ist das Endspiel. Ja, aber nicht, dass das Spiel endet. ...dann wir fertig sind. Dann drücken wir auf Suche einleiten und der Computer ermittelt, ob jemand aus der Datenbank Ähnlichkeit mit unserem Bild hat. Los geht's. Ich kann es dann nochmal probieren. Kann man öfter wiederholen. Okay, dann würde ich es jetzt erstmal falsch machen, damit wir das böse Ende sehen, so wie ich das verstanden habe. Oh, guck mal, jetzt ist es wieder normal. Wo ist meine Maus? Heute? Auf jeden Fall. Ist meine Maus jetzt durchsichtig, oder wie? Was? Nicht jetzt? Nein, das Spiel macht mich fertig. Okay, meine Maus ist hier. Ich spiele das Spiel auf sehr schwer. Ich habe das am Anfang eingestellt. Dann sind automatisch Grafikfehler und allerlei Bugs dabei. Und wieder daraus ein Phantombild? Einfach das gewünschte Element anklicken und es erscheint auf der Montagefläche. Man kann es dann anklicken, um es zu verschieben, zu vergrößern, zu verkleinern oder sogar um es zu drehen. So setzen wir Stück für Stück unsere Verdachtsperson zusammen. Toll. Und wenn wir fertig sind? Dann drücken wir auf Suche einleiten und der Computer ermittelt, ob jemand aus der Datenbank Ähnlichkeit mit unserem Bild hat. Los geht's. Bisher bei den anderen TKG-Sachen hatten wir ja noch kein Problem mit solchen Grafik-Sachen. Ähm... Ähm... Ich weiß nicht, was ich speicher, glaube ich mal. Ich mach mal Exit. Nein, ich bleib jetzt hier, weil du Mist... Nein, ich bleib jetzt hier, weil du Mist... Was? Wie viele Kinder hier noch auf? Oh Gott! Guck mal, der Twin ist abgestürzt. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Ähm... Hm... 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 Gut, da mach ich, glaube ich, noch mal... So, das ganze Programm noch mal hier neu starten. Das war das böse Ende. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich extra noch... Also, ob ich jetzt extra versuchen würde, noch das böse Ende zu spielen und das Gute. Ich glaube, ich würde einfach nur versuchen, das jetzt irgendwie zu beenden. Das ist schon ein Sitcom-Level von Fehlern, wirklich. Ne, der Emulator geht noch. So, warte. Load Windows. Gibt drei Enden. Crash, Böse und Gut. Please wait. This may take. Achso. Guck mal, ja, der Emulator, der ist doch davon nicht... Du glaubst ja auch nicht, dass man ein komplettes Emulator-Programm jetzt hier abstürzt, wegen TKG7. Das kann jetzt natürlich... Oh, ich mach mal lieber gerade ein... Ich speichere mal eben das Savegame von gerade. Das werde ich jetzt mal erst mal so erst machen. Ähm, das ist das, was ich jetzt mal hier hinlege. Ähm, das ist das, was ich jetzt mal hier hinlege. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich muss das noch mal neu installieren und dann das Savegame austauschen. Ich gucke gerade noch mal sicherheitshalber. Ja, doch, das mach ich mal. Entfernen. So, und jetzt werde ich einmal noch mal den Emulator neu starten. So. Save to turn off. Starten wir das noch mal. Dann installieren wir noch mal und tauschen das Savegame aus. Wenn's dann nicht funktioniert, dann... werde ich, glaube ich, mir irgendwo für das BOD das Finale klauen. Wenn wir's jetzt wirklich überhaupt gar nicht mehr hinkriegen. Aber eigentlich sollte das schon klappen. Wenn jetzt wirklich nur noch das Finale fehlt... TKKG die Provisenspie. Ja, und sonst? Jetzt läuft ja gleich schon das Rocket Beans Event. Das wollte ich doch gucken. Und wir hängen hier in unserem Error. Ach, Mann. So. Jetzt installiere ich noch mal. So. Come on. Ach, Tivola, da sind wir ja schon wieder. So. Ja? Wenn ein Hunderbaum ist, ist es installiert, ist ja klar. Nein, ich möchte später spielen. Ich möchte erst die Datei ersetzen. So, jetzt haben wir es hier wieder. So, jetzt ist der alte Score da drin, jetzt kopiere ich mir hier den neuen. Ich meine den, den wir gerade eben hatten. Paste. So, jetzt wird es interessant. Oh shit, wo sind wir jetzt? Okay, so, das ist jetzt der Versuch. Wenn nicht, dann müssen wir uns das als YouTube-Video angucken, das Finale. So, jetzt. So, jetzt klappt bitte. Na, dann nicht. Bitte keine Experimente, Karl. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Alter, ich bin verrückt. Computer sagt nein. Nee, komm, wir gucken uns das Ende bei YouTube an. Och, was für ein Scheiße. Alte Zahl. Ja, ich probiere es nochmal. Gerade hier funktioniert es ja wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Ich möchte zum Finale springen. Hilfe! Als du die Datei reingetan hast, war die noch vom 10. November. Was? Nee, jetzt war die dich eben... Steuerung. Jetzt war die dich eben gespeichert hatte. Komm. Komm, jetzt reicht's mir. Wir gucken uns jetzt das Ende an. Nee, das ist vom 18. Hier, siehst du? Das ist schon richtig. Warte mal, ich gucke jetzt mal gerade hier auf YouTube. Das ist, weil du gerade gespielt hast. Ach so, warte mal, ich gucke mir mal die alte an. Properties. Ich hab die mal eben mit der richtigen ausgetauscht. Komm. So, ich such mir jetzt... Ich such's mir jetzt. Kann auch sein, dass es eben nach diesem komischen Crash da nicht vernünftig gespeichert hat. Hallo. Der Orden hat uns bezwungen. So, warte mal, TKKG, Feuerteufel. Das kann doch jetzt nicht mehr zu viel sein am Ende, oder was? Ähm. Oh Mann, nee, dieser Mist, Alter. So, jetzt gleich haben wir's. So. Jetzt mach ich mal. Ähm. Schall für TKKG. Äh, 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 das ist aber jetzt... Das ist jetzt ziemlich groß. Ui, 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 ui. Ja, ich glaube, das ist jetzt insgesamt so ein Emulator-Fehler. Wenn das komplette Windows da abstürzt, das war schon ein bisschen härter als letztes Mal, als da mal was abgestürzt ist. So. So. Da hat er das Bild so gemacht. Okay. So. Karl und Gabi. Ui, 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 laut. Na, gerade mal gucken, wo wir hier... Ach, guck mal, wie wenig hier nur noch fehlte. Das ist wirklich nur noch dieses Endding. Oh, wie ärgerlich. Na ja, gut. Okay. Na bitte, alles betriebsbereit. Das Programm umfasst vermutlich erst wenige Elemente. Aber immerhin. Lass uns keine Zeit verlieren. So, wir können ja so tun, dass wir hier jetzt... Also, das ist die Montagefläche. Seht ihr die Kategorien, die sich auswählen lassen? Gesicht. Gesicht. So. Wir tun jetzt einfach so, als wären wir das. Haare. Frisur. Augen. Und so weiter. Genau. Wenn man sich für eines dieser Elemente entschieden hat, erscheint darüber eine Auswahl. Wenn man den Regler verschiebt, kann man sich alle Elemente ansehen. Ja, 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 ja. So. So, als erstes Gesicht. Da hatten wir ja wohl das Ovale ausgewählt. Ovales Gesicht. Tue ich mal hier. So, die Haare. Das wird niemand merken. Wir sind immer noch im Spiel. An alle YouTube-Mäuse da draußen. Ähm, wir haben jetzt gerade den, äh, wir haben jetzt gerade den Bug hier, das aus irgendeinem Grund in dem Spiel dieser YouTube-Balken angezeigt wird. Und auch hier oben ein Titel. Wie das kommt, weiß keiner, aber ich steuere gerade. So, Haare. Haare waren ja, ähm, wie hieß es die mal, Glatzkopf? Oder an der Seite blonde Haare nur so ein bisschen. Würde ich jetzt mal die nehmen und hier an den ovalen Kopf ransetzen. Zack. Augen. Die Augen mit Tränensäcken. Deshalb gehe ich nochmal hier ganz hoch und sehe ja, schmale Augen mit Tränensäcken platziere ich hier. So. Augenbrauen. Äh, nämlich die bösen Augenbrauen. Nase. Eine schmale Nase, eine feine, schmale Nase wurde gesagt. Die kann es ja dann nicht sein. Ja, diese hier. Die ist fein und schmal. So, die platziere ich hier. Und gucke mir, nein, nein, die, die ist ja noch schmaler. Die, die nehme ich. Oh, der Mund. Den Mund hatte ich natürlich jetzt gerade schon geklickt. Der war natürlich, ähm, schmale Lippen. Also quasi musste es aussehen wie Nils Bohmhoff am Ende. Äh, Ohren. Ohren waren, äh, klein und versetzt. So. Perfekt. Und ein Auge war näher an der Nase. Ich mache das ja alles manuell, Leute. Also es muss perfekt sein. Ihr kennt ja die Aufzeichnung. So, Bart. Ober, ähm, Oberlippenbart wurde gesagt, ein voller, ein Auge war außerhalb des Gesichts. Voller Oberlippenbart. Ähm, ich klicke. Hey, Volker. Suche einladen. Einladen. Klick auf den Datensatz. Aha, Ferdinand von Thun und Lasses. Erster Wohnsitz, Schloss Hohenblau Blüten im Landkreis Waldesfester. Man kennt ihn aus der Regenbogenpresse. Hat etliche Paparazzi in die Flucht geschlagen, die auf spektakuläre Fotos von Prominenten aus waren. Er ist handgreiflich geworden und hat sich damit einen Gefängnisaufenthalt eingehandelt. Aha. Ah, der wohnte in diesem Schloss, was wir auch gesehen haben. Was wir nämlich auch hier, ähm, ich fahre jetzt gerade nochmal zu diesem, äh, Geistes, wo du in die Ferne fernrohrst. Ja, im Himmel, was ist denn los? Wollen die alle zum Schloss? Das muss ein Großeinsatz sein. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, da gibt es keinen Trennen. Bei einer groß angelegten Razzia auf Schloss Hohenblau Blüten im Landkreis Waldesfinster sind der Polizei heute 24 Mitglieder des sogenannten Phönixbundes ins Netz gegangen. Darunter die Schriftstellerin Marilie Süßholz. Ihr Verleger hatte sie erst gestern als vermisst gemeldet. Zum Wirken der Phönix-Anhänger meinte Einsatzleiter Kommissar Glockner. Sie haben in gutem Glauben weitere Mitglieder angeworben und ihren Besitz dem Kopf der kriminellen Vereinigung überschrieben. Ferdinand von Thun und Lasses. Er garantierte seinen Anhängern Seelenfrieden, holte die Vermögenden oder Einflussreichen in sein Domizil. Ich glaube das ja erst, wenn es in Heikel gesendet wurde. Dazu gab es ein Ritual. Feuer. Gegen sämtliche Mitglieder wird wegen Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Super! Sie haben alle dran gekriegt. Ein bisschen tun mir diese Leute leid. Franz Höllwart hat eigentlich ein gutes Herz. Er war gleich geständig und wird seine Haftzeit bestimmt durch vorbildliche Führung verkürzen. Im Gegensatz zum Anführer, diesem Phönix, alias von und zu sowieso. Mann, hätten wir nicht aufgepasst, stünden meine Eltern morgen vor einer abgebrannten Villa. Durch eine glückliche Fügung ist Gott sei Dank alles ausgestanden. Wie würde Pfarrer Tizian sagen? Amen. Stimmt, das ist Seilspruch. Ey. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Das war ein ergreifendes Schlusswort. Oh, Leute, ich bin fix und fertig. Jetzt noch das Bad Ending. Das Bad Ending haben wir gerade eben gesehen, glaube ich. Also viel mehr als das kann man nicht mehr better machen. Ach, du Schande, ey. Ja, ich muss mir mal das nächste Teil ... Ich glaube, der nächste ist Teil 8. Da muss ich mir mal vorher genauer angucken, ob da auch schon diese Fehler drin sind. Ansonsten, es macht ja keinen Sinn, mit solchen Fehlern dieses Spiel zu spielen. Wenn das bei dem nächsten auch so ist, wir hatten ja bisher schon sechs Teile davor, da war es kein Problem, das ist jetzt hier der erste, wo diese komischen Glitches auftreten. Dann hole ich mir das vielleicht besser auf CD. Wie viele gibt es denn? Es gibt insgesamt, glaube ich, hier 16 Teile. Ja. Das war jetzt der siebte. Der war richtig wild. Ich kann mir auf jeden Fall die Teile davor empfehlen. Die sind schon alle auf YouTube. Teil 8 klaigte bei mir auch ohne Emulator. Okay, das hört sich schon mal gut an. Das hört sich schon mal gut an. Das werde ich dann mal ausprobieren fürs nächste Mal. Also, das hier war ja eine Katastrophe. Die Fehler waren das Beste. Also, die Fehler Fehler hatten. Ja, als sich immer noch ein Fenster mehr geöffnet hat. Das war reiner Unfug. Ja, dass hier nicht das reiner Unfug hier unten steht, der mitgemacht hat. Meine Güte, das war ein richtiger Trip. Oh Gott. 1 bis 9 ist die Originalreihe. Danach nahm die Qualität ab. Noch weiter. Das war jetzt schon die höchste Qualität, meinst du? Oh Gott. Gut. Also, ich glaube, keins von... Ich habe ja jetzt mittlerweile mit Patterson und Findus und was weiß ich schon ganz viele Spiele so um die 2000er-Wende gespielt. Aber das hier... Also, so wie das hier war noch keins. Und wenn die Qualität noch weiter abnimmt, dann kann ich euch nur sagen, da habe ich Interesse. Denn ihr kennt uns ja von den Dingo Watchtogethers. Wenn eine geringe Qualität am Start ist, dann bin ich auch am Start. Und das hier war schon... Das hier war schon ein Abenteuer. Okay. So. Jetzt müsste es aber mal ab zu Rocket Beats gehen für euch. Denn da ist heute ein Event. GameStar... Ne, Kongstar Gaming Day. Wo unter anderem Florentin und Nils mit dabei sind. Das will ich natürlich gucken. Deshalb... Mach ich denn das jetzt? Achso. Jetzt möchte ich mir hier nochmal einmal auf Twitch gehen. Wenn ich hier nämlich in den Chat reinkomme. Geh nämlich in den... So. Dass ich mal hier ein Raid starten kann. Ach, da seid ihr ja. So. Zeig mal Nils sein Phantombild. Also, Dankeschön an alle, die durchgehalten haben. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn es heißt Error have... Sonst nichts. An Error has. Okay. Schaut gerne in den Streamplan oder bei rocketbeats.tv slash Livestreams. Da seht ihr immer, werden... So Montag, Dienstag wird da die Woche gefüllt. Was so ansteht. Ich habe demnächst noch vor... Vielleicht kennt das irgendjemand von euch. Disney's Die Nacht der Schurken zu spielen. Das habe ich auch als Kind gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Ach, too many errors have. Genau, das war die... Das war die Meldung. Das werde ich demnächst nochmal spielen. Das ist auch eher ein kürzeres Spiel. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist nicht so bekannt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, viel Spaß bei dem Rocket Beans Event. Und wir sehen uns hoffentlich spätestens bis zum nächsten Mal bei Teil 8 von TKKG. Der Trip hört nicht auf. Bis dann. Ciao.